Sie waren schon einmal hier. Castle Rock, eine idyllische kleine Stadt in Neuengland gelegen, in der Nähe der Städte Derry, Bangor, Haven und Ludlow. Die Stadt mit knapp 1500 Einwohnern ist im Sommer ein beliebtes Touristenziel, besonders der Darkscore Lake und der Aussichtspunkt Castle View auf dem nahegelegenen Castle Hill. Die Stadt ist sehr grün, verfügt über zwei Sportplätze und, für ihre Größe ungewöhnlich, über drei Friedhöfe. Über eine Eisenbahnbrücke ist Castle Rock mit der Stadt Harlow verbunden. Mein Name ist Gordon Lachance. Ich bin Schriftsteller. Meine Kindheit und Jugend habe ich in Castle Rock verbracht. Im Rückblick verklärt sich die Idylle der 50er und 60er Jahre vielleicht zu der Illusion einer freien, unbeschwerten Kindheit. Doch im Detail betrachtet war es eine Zeit voll Trauer, voll Angst und Gewalt. Ich denke an den Tod meines Bruders durch einen sinnlosen Unfall. Ich denke an die Freunde meiner Kindheit, die alle im Umfeld von Schmerz und Gewalt aufgewachsen sind. Ich denke daran, wie jeder darüber Bescheid wusste, was sich hinter der Fassade abspielt, aber kein Mensch jemals etwas unternahm. Wenn der alte Pressman uns von der Deponie vertrieb oder Ace Merrill uns das Leben zur Hölle machte, dann schauten die Erwachsenen weg. Die Bewohner von Castle Rock legten schon immer Wert auf den schönen Schein, und von der Schatten prodelte es. Mit der Brille der Nostalgie mag es heute alles so aussehen wie ein großes Abenteuer. Doch wenn ich ehrlich bin, hat Castle Rock mich nicht zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin, was ich bin. Trotz Castle Rock. Ich habe es überlebt. Das kann man nicht von allen behaupten. Castle Rock ist eine friedliche Stadt, doch sie hat auch ihre Schattenseiten. Noch heute erzählen Eltern ihren Kindern die Schauergeschichten vom Bürger von Castle Rock, dem Polizisten Frank Dodd, der zwischen 1970 und 1975 sieben Frauen ermordete, bevor Sheriff Bannerman ihn aufhalten konnte. Der gute Sheriff erlag einige Jahre später selbst einem grausamen Schicksal. Ein tollwürdiger Bernardiner namens Cujo tötete mehrere Menschen, und auch der Sheriff war unter den Opfern. Es sollte nicht der einzige bösartige Hund in Castle Rock bleiben. Mein Name ist Gwendy Patterson. Ich bin in Castle Rock aufgewachsen, damals in den 70er und 80er Jahren. Ich kenne die ganzen Legenden, die sich um die Stadt spinnen. Viele davon sind wahr, auch wenn sie mit den Jahren immer unwirklich erscheinen. Der Frauenmörder Frank Todd wurde in Erinnerung zu einem schwarzen Mann, mit dem Eltern ihre aufsässigen Kinder erschrecken. Dass er mit Hilfe eines Hellsehers überführt wurde, ist heute kaum noch jemand. Die meisten Menschen glauben, dass Sheriff Bannerman seinen Mitarbeiter allein überführen konnte. Doch das ist nur ein Teil dieser lokalen Legende. Sein Tod durch die Zähne eines tollwütigen Hundes hat ihn endgültig zu einem Mythos gemacht. Das sind all die kleinen und größeren Geschichten, die er in der Stadt kennt, aber über die niemand reden möchte. Jeder erhält seine Geheimnisse. Jeder. Auch ich. Vielleicht erzähle ich Ihnen irgendwann mal davon. Doch auch weiteres Unheil suchte die Stadt heim. Das Zusammenstürzen der sogenannten Selbstmordtreppe, die zum Castle View hinaufführt, kurz nach einem weiteren tragischen Selbstmord. Der Tod von Otto Schenk, der in seinem Wohnzimmer von seinem eigenen Lastwagen überfahren wurde. Und dann war da noch der böse Bube der Stadt, Ace Merrill. Hey, hey! Mein Name ist Regenert Merrill. Ich führe hier die Geschäfte im Galorium Emporium in Castle Rock. Ja, manche würden sagen, ist nur ein Tröde-Laden, aber wissen Sie, ich sehe mich mehr als Dienstleister. Wenn hier jemand Probleme hat, dann kommen Sie zu mir. Klar, meine Hilfe hat ihren Preis, aber scheint wie manchen böse aufzustoßen. Sie nennen mich ein Gauner, aber ich sehe mich mehr als Grundpfeiler der Gesellschaft. Das bedeutet nicht, dass bei mir mal alles Friede, Freude, Sonnenschein ist. Zum Beispiel meine F.A.s. Er macht dem Namen Merrill keine Ehre. Da ist immer eine Arschspratze. Da ist immer aufsässig, schon als Kind. Und das ist seitdem nicht besser geworden. Er konnte sich noch nie beherrschen. Die Sachen mit den Drogen haben es bei ihm nicht besser gemacht. Auf seine Zeit im Shorshank-Gefängnis konnte an seiner bedauerlich negativen Einstellung nichts ändern. Wenn Sie mich fragen, mit dem Jungen wird es kein gutes Ende nehmen. 1990 starb Pop Merrill, als sein Laden unter geheimnisvollen Umständen bis auf die Grundmauer niederbrannte. Der brutale Mord an Homer Gamache, der mit seiner eigenen Armprothese zu Tode geprügelt wurde, erschütterte die Stadt. Für den neuen Sheriff Alan Pangborn. Ja, auch nach acht Jahren im Amt ist er immer noch der neue Sheriff. So ist das in Kleinstädten. Für ihn wurde dieser Fall zu einer Zerreißprobe. Mein Name ist Alan Pangborn. Ich bin seit einigen Jahren Sheriff von Castle Rock. Ich bin 1980 mit meiner Familie aus New York hergekommen. Meine Frau Annie und ich waren uns einig, dass wir unsere Söhne hier besser großziehen können als in der großen Stadt. Es gefällt uns auch recht gut hier. Es ist ruhig und nur selten passieren richtig schlimme Dinge. Aber in den letzten Jahren hat sich dieses Gefühl der Sicherheit, das ich hier immer hatte, mehr und mehr verändert. Es begann mit dem Mord an Homer Gamache. Einem grauenhaften Verbrechen, das ich heute immer noch nicht zu fassen bekomme. Der Hauptverdächtige war lange Zeit der Schriftsteller Thet Beaumont. Doch irgendwas stimmt in dem Fall nicht. Wir haben den wahren Täter überführt, aber sie würden mir niemals glauben, wer oder was es war. Ich weiß nicht einmal, ob ich es selbst glaube. Aber ich werde wohl noch lange daran zu knabbern haben. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich muss nach meiner Frau sehen. Sie hat wieder Migräne. In den letzten Jahren wurde das Klima in der Stadt immer rauer. Der gute Sheriff verlor seine Frau und einen seiner Söhne bei einem tragischen Unfall. Die Spannungen unter den Bewohnern sind fast greifbar. Katholiken und Protestanten liegen sich wegen einem Casinoabend in den Haaren. Der Stadtabgeordnete Danford-Kieten ist ins Fadenkreuz der Finanzaufsicht geraten. Nachbarn lächeln sich zu, während sie sich am liebsten an die Gurgel gehen würden. Und ein neuer Laden wird bald eröffnen. Ein Sturm zieht auf in Castle Rock. Und die Sperlinge fliegen wieder. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des König-Bofodama-Gast-Podcasts. Wie ihr ja gerade an unserem Intro schon gemerkt habt, ist das diesmal eine etwas andere Folge. Denn wir wollen eines unserer absoluten Herzensbücher besprechen. Und deshalb wollen wir heute mit euch über In einer kleinen Stadt oder Needful Strings reden. Und dazu habe ich nicht nur wie immer den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Sondern auch den ebenfalls wundervollen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und einem ganz grandiosen Gast, der jetzt das erste Mal bei uns ist, nenne ich den lieben Andi. Hallo Andi. Hallo. Es freut uns sehr, dass du da bist. Ganz kurz, kennt man dich irgendwoher? Machst du irgendwelche Dinge? Sprichst du ins Internet oder irgendwas ähnliches? Ja, also ich bin bekannt von Twitter unter dem Namen Klingebiel. Von und zu Haselschaf. Ansonsten bin ich jetzt nirgendwo weiter aktiv. Hör hin und wieder da mal in einen Podcast mal rein. Und ansonsten kennt man mich weiter von Twitter her nur. Und wie ist es bei dir so generell mit der King-Erfahrung? Also hast du viel von ihm gelesen? Kennst du vielleicht mehrheitlich die Filme? Oder wie ist da bei dir die Historie? Ich muss sagen, ich bin eher ein Neueinsteiger. Ich habe ein paar Bücher über Hörbücher gehört. Ansonsten auch ein, zwei Filme mal geschaut. Ansonsten, wie gesagt, recht neu eingestiegen bei King. Und bin sehr fasziniert. Okay. Ja, also wie gesagt, das wird diesmal eine etwas interessantere und etwas andere Folge. Denn wie wir es auch schon bei The Stand gemacht haben, das ist halt etwas zeitintensiver. Und deswegen werden wir die Folge auch einerseits splitten und haben auch andererseits einen etwas anderen Aufbau als sonst. Wundert euch also deshalb nicht. Wir werden erst so ein bisschen wie immer die Einordnung machen. Dann gehen wir Kapitel bis Kapitel durch den Inhalt durch. Und dann reden wir einfach über den ganzen Rest. Ich möchte an der Stelle wieder einen kleinen Disclaimer vorbringen. Wir nutzen uns bei der Inhaltsangabe, hangeln wir uns ein bisschen an der King-Wiki entlang. Auch da wieder ganz herzlichen Dank ans King-Wiki. Ihr macht eine tolle Arbeit. Und ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass wir uns ein bisschen an euch orientieren, um die ganze Sache etwas einfacher zu machen. Aber generell natürlich das Lob und ja, all die Arbeit größtenteils liegt in dem Punkt wirklich bei euch. Und wir wollen euch dafür herzlich danken. Wenn das irgendjemanden stört, dann sagt uns das und wir werden uns dann entsprechend eine Lösung einfallen lassen. Aber ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Gut, das war es soweit. Gibt es Ergänzungen erstmal? No. Gut, dann würde ich sagen, lieber, lieber, wundervoller Flo, gib uns doch mal die zeitliche Einordnung. Ja, du fragst hier immer nach King-Erfahrungen. Und hier kann ich jetzt was erzählen heute. Denn es war so etwa 1992 und der kleine Flo ist nicht mit seinen Eltern in Urlaub gegangen, sondern hat diese Zeit bei seiner Oma verbracht und hat die Eltern zum Flughafen gefahren und hat sich dort ein Buch mitgenommen für diese Zeit. Das Buch war in einer kleinen Stadt Needful Things von Stephen King. Und es war der erste King, den klein Flo gelesen hat. Es ist ein dickes Buch, es hat aber nicht allzu lange gehalten. Ja, und von da an war ich dann angefixt. Also es ist vielleicht nicht unbedingt das beste Buch, um es als erstes zu lesen, denn es ist der Abschluss der Castle Rock Trilogie, über die wir schon öfter geredet haben. Und damit natürlich auch ein Teil des Castle Rock Zyklus. Es hat sehr viele Querverweise zu anderen Büchern, aber das hat mir damals tatsächlich nichts ausgemacht. Also ich war wirklich gehuckt. Und das ist bis heute so geblieben. Und deswegen habe ich auch so ein ganz besonderes Verhältnis zu diesem Buch. Das Buch ist 1991 erschienen. Die Erscheinungsgeschichte ist jetzt nicht so aufregend. Es ist eines der Lieblingsbücher von King selbst. Und ob es uns auch so gut gefällt, das werden wir heute diskutieren. Und Jonas erzählt uns jetzt mal grob, worum es denn geht. In Castle Rock wird ein neuer Laden aufgemacht. Der Besitzer verkauft Dinge, sag ich mal alles mögliche, an Leute, die es haben wollen. Sie bekommen genau das, was sie wollen. Mit dabei im Kaufpreis sind einmal Geld und dann müssen sie Streiche spielen. Und durch diese Streiche hetzt er die ganze Stadt nach und nach aufeinander auf und am Ende eskaliert es ein wenig. Minimal gewissermaßen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wirklich im Detail durch den Inhalt durch. Denn wir waren schon einmal hier. Denn bereits im Prolog, der übrigens einer der grandiosesten Prologe der King-Geschichte ist, meiner Meinung nach, werden wir zurück in Castle Rock begrüßt. Mit dem Kommentar, man käme uns so bekannt vor. Und ja, es ist einfach ein Gefühl des Nachhausekommens. Wir lernen die Personen der Stadt kennen, die eine Rolle spielen gaben. Und wir bekommen schon die allererste Warnung, dass bald ein Sturm über dieser Stadt aufziehen würde. Kapitel 1 In Castle Rock entdeckt der elfjährige Brian Rusk, dass ein neuer Laden namens Needful Things eingerichtet wird. Der am 9. Oktober 1991 eröffnet werden soll. Allerdings schenkt er ihm weniger Beachtung, als zum Beispiel seine Mutter, die mit ihrer besten Freundin allerlei darüber am Telefon zu tratschen weiß. Als er jedoch einen Tag vor der angekündigten Eröffnung den Laden offen vorfindet, betritt er ihn und findet ihn recht kerklich eingerichtet vor. Der Besitzer, Leland Gaunt, begrüßt seinen ersten Kunden sehr herzlich und führt ihn herum. Er lässt Brian einen Holzsplitter in die Hand nehmen, der ihn in eine Vision der Arche Noah entführt. Als Brian aber gefragt wird, was er denn am allerliebsten hätte, antwortet er ohne groß zu überlegen Sandy Koufax. Oder er erhält für nur 85 Cent und das Versprechen, Wilma Dersick einen kleinen Streich zu spielen, eine äußerst seltene und signierte Baseballkarte genau dieses Spielers. Ja, wie fandet ihr denn diesen Einstieg jetzt hier mal? Denn eigentlich passiert hier nicht viel Spannendes, aber ich finde trotzdem, dass hier schon eine gewisse Atmosphäre aufgebaut wird, die ich sehr interessant finde. Auch gerade aus der Beschreibung des Ladens und von Leland Gaunt heraus. Also das Intro selbst, also dieses, sie waren schon einmal hier, der Prolog an sich, der ist für mich der wirklich, wirklich beste Prolog, den wir jemals hatten. Das sehe ich auch so. Es ist ein fantastischer Einstieg, der auch wirklich einem direkt das Gefühl gibt, zu Hause zu sein. Ja, aber gleichzeitig für mich zumindest schon diese diffuse Bedrohung sehr gut vermittelt hat. Eben durch dieses, ich kenne dich, ich weiß, woran du verletzlich bist, womit du zu kaufen bist und so weiter und so fort. Das fand ich absolut grandios. Und der Einstieg mit dem Laden selbst, der war mir ganz nett, aber der ist doch recht schnell bei mir verpufft. Jetzt muss ich aber halt dazu sagen, ich lese das Buch jetzt auch zum dritten Mal oder so. Also es ist natürlich nicht mehr das Gefühl, wie beim allerersten Lesen. Das ist logisch. Aber ich mag die Atmosphäre, die hier jetzt schon ganz am Anfang aufgemacht wird. Ja, da kann ich mich anschließen. Bei mir war es zum ersten Mal, dass ich es gehört habe in dem Fall, aber es war schön. Es hat mich irgendwie direkt in den Bank gezogen. Ich fand das eigentlich auch recht angenehm. Ich habe das ja, wie gesagt, über das Hörbuch gehört. Und ja, man wurde direkt in so eine Atmosphäre reingezogen, die, ja, wie in diesen Augen von dem Prime quasi, man schaut sich so ein bisschen um in Gedanken, wie das da in dem Laden aussehen könnte. Ja, mit Augen sagst du auch was. Wir bekommen hier auch zum ersten Mal die Augen von Leland Gort beschrieben. Und hier fällt es jetzt noch nicht so auf, weil es das erste Mal ist. Aber im Laufe der nächsten Kapitel werden diese Augen ja immer wieder beschrieben. Und zwar immer mit anderen Farben und immer anders. Und das ist auch so eine Kleinigkeit in diesem Buch, die ich irgendwie ziemlich cool finde. Das ist aber zum Beispiel genau so eine Sache, da werden wir dann drüber reden, wenn wir bei Gorn selbst sind. Ich weiß nicht, die ist an mir relativ deutlich abgeprallt. Also da kam ich irgendwie nicht so richtig rein. Ich meine, klar, auch hier ist wieder eine symbolische Ebene drin, da reden wir dann auch drüber. Aber ich weiß nicht. Der Teil ist mir zu übertrieben. Aber bei Gorn sind mir viele Dinge zu übertrieben, was das angeht. Er ist halt kein Randall Fleck. Aber er ist nah dran. Ja, das würde ich so gar nicht unbedingt sagen. Ja, werden wir doch besprechen. Genau. Nein, ich will halt sagen, es ist einfach bei ihm plakativer, finde ich. Ja, wobei so im Nachhinein glaube ich, dass das schon ein Hinweis darauf ist, dass die Waren, die er verkauft, auch nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Das weiß man hier am Anfang ja noch nicht. Gehen wir ins nächste Kapitel? So, das Kapitel Nummer zwei. Die Wärte Polychalmers, die betritt den Laden. Sie selber besitzt auch ein Geschäft, ein Nähgeschäft. Und sie hat einen Kuchen dabei, den ihre Angestellte gebacken hat, die Nettikop. Und als sie den Laden betreten hat, war sie von dem Auftritt von dem Leland Gorn recht überwältigt gewesen, sage ich mal. Sie hat regelrecht für ihn geschwärmt und ihr ist vor allem die haselnussbraunen Augen aufgefallen von Leland Gorn. Polychalmers, die leidet leider unter Arthritis und kämpft tagtäglich mit den Schmerzen in ihren Händen. Und das Problem bemerkt auch der Leland Gorn. Er spricht sie darauf an und Polychalmers, sie wusste erst gar nicht, woher er das wissen konnte, dass sie Arthritis hat. Im späteren Verlauf betritt dann noch Cynthia Rose Martin noch das Geschäft. Sie ist auch die erste Kundin und erwirbt eine Vase. Nettikop, die kommt dann als nächstes dann noch ins Geschäft und ist eine sehr schüchternde Frau. Nettikop, die hatte eine dunkle Vergangenheit und zwar sie sammelt Buntglas und ihr Mann, der hatte ein Sammlerstück von ihr zerstört und aus Wut hat Nettikop dann ihren Mann umgebracht. Und da kam sie in eine Anstalt und die Polychalmers hat dann Nettikop dann so ein bisschen unterstützt und arbeitet jetzt für Poly. Ganz kurz, wenn ich an der Stelle ein bisschen einhaken darf. Es ist aber tatsächlich nicht nur diese Geschichte mit dem mit dem Buntglas-Ding, das er zerstört hat, ihr Mann, sondern da ist tatsächlich eine langere Geschichte von Misshandlung und Missbrauch dahinter und dieser Buntglas-Zerstörungsmoment war halt quasi der Tropfen auf dem heißen Stein, der dann tatsächlich zur Eskalation geführt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie voll die Psychopathin ist, die eben nur wegen dieses Buntglas-Dings da ausgerastet ist, sondern das war einfach in einer Geschichte von Missbrauch und Misshandlung der letzte Schwung, den es gebraucht hat, um sie dazu zu bewegen, dagegen was zu unternehmen. Ich denke, das ist halbwegs wichtig für den Charakter. Ja. Als Leland Gond dann mit der Nettie Kopp dann gesprochen hat und wollte ihr gern das Buntglas anbieten, kam dann die Wilma Jersik in den Laden und die Stimmung kippte sofort, weil Nettie Kopp recht eingeschüchtert ist von der Wilma Jersik und verließ dann sofort das Geschäft. Was ich an dem Kapitel interessant finde, ist, dass wir wirklich so die Stadt Stück für Stück vergrößern. Wir lernen nicht zu viele Figuren auf einmal kennen, sondern es wächst und die Verbindungen wirken eigentlich relativ natürlich zwischen den Figuren. Was mir dabei aufgefallen ist, es war 1991, als er das geschrieben hat oder als das veröffentlicht worden ist und ich glaube von 89, 90, 91 war auch so die Hochzeit von Twin Peaks und irgendwie fühle ich mich da so von der Atmosphäre so ein bisschen daran erinnert. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da bist du sehr mal dran. Zumal, also ich weiß nicht, wie euch das geht, es gibt eine Serie, die nennt sich Rayward Pines. Die ist relativ neu. Die muss so irgendwann in den letzten zehn Jahren gewesen sein. Kennt ihr die? Ja, noch näher. Es ist eine Buchverfilmung. Ich kenne bis jetzt nur das Buch. Ja, ich kenne auch die Bücher, aber ich habe auch die Serie gesehen. Und tatsächlich ist bei mir das Gefühl für diese Stadt, die sieht in meinem Herrn aus wie Rayward Pines. Also eben dieses in so ein bisschen ländlichen Gebiet, viele Bäume drumherum und so und aber auch immer so komisches, diffuses, halbdunkles Licht. Also bei mir, und ich kann keinem erklären warum, funktioniert in diesem Buch sehr viel über Lichtstimmung. Und die kommt hier auch schon das erste Mal durch, finde ich. Ja, ich verstehe, was du meinst, doch. Geht es dir auch so, dass es im Laufe des Buches dunkler wird? Ja, wobei auch schon die Grundstimmung schon ziemlich düster ist. Ja, aber am Anfang, also ich drücke es jetzt einfach mal so aus, wie ich es gerade denke, am Anfang ist es noch mehr natürliches Licht und am Ende ist es eher so künstliches Licht. Ja, genau. Das ist ein guter Vergleich. Ich glaube tatsächlich, dass halt auch wirklich innerhalb dieses Ladens für mich so eine gedankliche Grenze wirklich ist. Also draußen ist am Anfang, jetzt in den ersten paar Kapiteln, tatsächlich eben noch so halbwegs normales Licht, auch wenn es da schon so diesig und komisch ist. Aber sobald du diesen Laden betrittst, und das wird ja auch oft tatsächlich beschrieben, dass es eben eigentlich relativ dunkel ist, aber diese Schaustücke so hervorgehoben werden und so weiter durch Lichtstimmung. Und das fand ich eigentlich eine sehr hübsche Art, das darzustellen. Und was ich auch sehr mag, nicht nur die Stadt selbst, sondern wie du schon sagtest, dass wir die Charaktere so langsam nacheinander kleckerweise kennenlernen, aber hier eben auch schon das erste Mal erfahren, dass es eben in dieser Stadt erst mal vielleicht unausgesprochen hat, aber vorhandene Rivalitäten und Animositäten und so weiter gibt. Und dass auch die so langsam wachsen und so langsam eingeführt werden, das finde ich sehr naturisch und das mag ich sehr gerne in dem Buch. Ja, wir hatten das ja im Prolog, das hattest du gar nicht erwähnt. Da wird ja auch schon erwähnt, dass es Streitereien zwischen den Kirchen in der Stadt gibt, wegen einem Casinoabend. Das ist so ein Satz, der so nebenher fallen gelassen wird. Und das ist eine Geschichte, die halt im Laufe der Zeit wichtiger wird. Und gerade so diese kleinen, ich sag mal, Samenkörner, die fallen gelassen werden in diesen frühen Kapiteln, die dann so langsam aufgehen, finde ich großartig umgesetzt. Auf jeden Fall. Ich dachte auch, okay, was reden wir da jetzt, dass die eine religiöse Gruppe die andere nicht mag, weil die Kurzspiele verdammen. Die andere wollen damit aber wohl tätige Zwecke sammeln. Ach ja, es ist halt Kleinstadtgedöns, aber ist nicht wichtig. Und dann taucht es immer wieder auf und am Ende wird es dann richtig wichtig. Gut, gehen wir ins nächste? Gehen wir ins nächste Kapitel, Kapitel 3. Und hier lernen wir jetzt eigentlich nicht unsere Hauptfigur kennen, denn wir kennen sie ja schon aus Stark. Es ist nämlich der Sheriff Alan Pangborn. Wir erfahren, was seit Stark mit ihm passiert ist, denn er hatte leider ein sehr tragisches Erlebnis. Seine Frau Annie ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und auch sein jüngerer Sohn Todd ist dabei gestorben. Und das Ganze belastet ihn doch noch sehr stark. Wir erfahren auch so ein paar Sachen, dass aus Stark das Thad Beaumont zum Beispiel wieder angefangen hat zu trinken und dass seine Frau ihn mit den Zwillingen verlassen hat. Und ja, Alan versucht sich halt in seine Arbeit zu stürzen, denn es gibt einiges zu tun. Probleme hat er unter anderem mit dem Stadtratsvorsitzenden Danford Buster Keaton, der es nicht mag, Buster genannt zu werden. Der hat nämlich mal wieder auf dem Behindertenparkplatz vor der Polizeistation geparkt und hat von dem Deputy Norris Richwick einen Strafzettel bekommen. Alan will diesen Strafzettel hier taktisch nutzen, um ein bisschen Geld von ihm abzuzweigen, aber Buster taucht auf der Polizeistation auf und dreht fast durch. Und so muss er ja dann da eingreifen. Später telefoniert er dann mit Polly. Und wir erfahren hier, dass Polly ihm über den Verlust seiner Familie weggeholfen hat und dass die beiden nun seit einiger Zeit eine Beziehung haben. Polly erzählt ihm so ein bisschen über den Hintergrund von Nettie, den erfahren wir hier, was Dela ja schon eben erwähnt hat. Und dass sie halt fünf Jahre in einer Nervenheilanstalt war wegen des Mordes an ihrem gewalttätigen Ehemann. Und dass sie im Moment halt große Probleme mit Wilma Cersic hat, was wir ja auch schon eben so ein bisschen mitbekommen haben. Wilma behauptet, dass Netties Hund Radar ständig bellt. Das macht er zwar gar nicht mehr, das hat er am Anfang gemacht, aber Wilma lässt da nicht locker. Und Alan musste sich schon öfter drum kümmern. So, an dem Abend lernen wir dann auch noch Hugh Priest kennen. Der muss zu Fuß aus der Bar Mellow Tiger nach Hause gehen, weil der Barkeeper Henry Beaufort ihm nämlich den Schlüssel zu seinem Pickup nicht mehr wiedergegeben hat. Er war ihm halt ein bisschen zu betrunken. Hugh geht am Needful Things vorbei und sieht da einen Fuchsschwanz im Laden. Und der erinnert ihn an seine Vergangenheit und den muss er unbedingt haben. Und obwohl es schon sehr spät ist, hat der Laden offen. Und Leland Gaunt ist zwar nicht gerade besonders freundlich, aber er verkauft ihm den Fuchsschwanz. Er soll dafür aber auch Nettie einen Streich spielen. In derselben Nacht hat Brian Rusk Träume. Er träumt von der Lehrerin Sally Radcliffe, in der er heimlich verliebt ist. Und er träumt auch von seiner Baseballkarte. Er hat Angst, sie zu verlieren. Und er weiß, sie gehört ihm eigentlich ja noch gar nicht wirklich, weil er muss noch einen Streich spielen, bis sie ihm wirklich gehört. Genau. Und ja, das Ganze geht jetzt im Kapitel 4 weiter. Denn, wie wir ja schon erwähnt haben, hat ja Nettie, sagen wir mal, psychische Probleme. Sie ist halt einerseits durch ihre Vorgeschichte mit ihrem Mann generell sehr eingeschüchtert. Und ich vermute, oder ich würde ihr jetzt unterstellen, dass eben natürlich auch durch die Gerüchte und so in dieser Kleinstadt das alltägliche Leben für sie auch recht schwer ist. Jetzt auch unabhängig von, ja, der Jörgschick. Denn sie ist halt immer so ein bisschen unter, ich sag mal, Beobachtung. Weil sie ist ja die Verrückte. Und deshalb ist sie sehr, sehr schüchtern eigentlich gegenüber allen Menschen, wie wir ja schon am Anfang gemerkt haben. Aber es geschieht quasi ein Wunder, denn Polly und Rosalie, ihre Mitarbeiterin, beobachten ganz begeistert, wie Nettie Kotz sich tatsächlich am Tag darauf wirklich allein zu Needful Things traut und dort auch tatsächlich ohne wegzulaufen diesen wunderbaren Lampenschirm kauft. Und zu ihrem Erstaunen stellt Nettie auch fest, der ist sogar erschwinglich. Sie kann ihn sich sogar leisten. Und ja, der Streich gegen Buster Keaton, den sie spielen soll, der klingt eigentlich jetzt im ersten Moment auch nicht sonderlich schlimm. Zumal er ja auch nicht der sympathischste Mensch auf der Welt ist. Deshalb kauft sie diesen Lampenschirm unter dem Versprechen, eben diesen Streich zu spielen und verlässt glücklich den Laden, was bei den beiden, ja, beobachtenden Damen doch auf Erstaunen und vor allem auch auf Glücksgefühle stößt. Die Glücksgefühle empfindet Norris in dem Moment allerdings nicht, denn sobald er im Polizeirevier ankommt, wird er direkt von Buster Keaton attackiert und ja, er geht ihm halt an, was ihm einfällt, diesen Strafzettel da zu erstellen und so weiter und so fort. Und ja, es kommt zu einer, ich nenne es mal recht einseitigen Prügelei, die allerdings Ellen rechtzeitig noch schlichten kann. Beide entschuldigen sich, man weiß aber, dass das überhaupt nicht ernst zu nehmen ist. Aber hier finden wir, glaube ich, das erste Mal so richtig den Hauptwesenszug von Buster Keaton, denn Ellen bemerkt, wie nervös und unruhig und zapplich Buster sich in seinem Büro da so benimmt. Und ja, er macht halt recht deutlich klar, dass Handgreiflichkeiten gegen seine Beamten absolut nicht drin sind und so weiter. Aber das Ganze geht an Buster komplett vorbei. Der ist total überdreht und total übernervös und so weiter. Was Ellen dazu veranlasst, ihm sogar seine Hilfe anzubieten, die wird allerdings dann recht unwirsch abgelehnt. Der Tag wird auch nicht unbedingt sonderlich besser für Ellen, denn als nächstes darf er sich mit den schon erwähnten Kirchengruppen beschäftigen, denn er bekommt Besuch von dem protestantischen Reverend William Rose. und der möchte sich natürlich wie üblich über diese dämliche Casino-Nacht beschweren und lässt sich halt recht ausgiebig über seinen Konkurrenten schon bebreit haben aus. Aber auch hier kann er dann eigentlich nur mit den Schultern zucken und sagen, dass eben das Ganze kein Rechtsverstoß im eigentlichen Sinne ist und er deswegen nichts tun kann. Das will Rose aber natürlich echt nicht gern hören. Und ja, man merkt auch hier schon, dass das Ganze in einem ungesunden Maße, ja, ich sag mal hochkocht. Es bleibt zwar immer noch alles noch normal, aber man merkt hier glaube ich schon, dass das Ganze sehr viel Potenzial zur Eskalation hat. Eskalieren. Ja, Eskalation gibt es in diesem Moment auch in Needful Things, denn Gaunt zeigt jetzt hier das erste Mal eine etwas andere Seite von sich, denn Myra Evans möchte gerne unbedingt ein Elvis-Bild kaufen und es geht nicht nur darum, dass sie das gerne besitzen möchte, sondern sie möchte es vor allem ihrer Freundin Cora Wask, ja, wegnehmen, schlicht und ergreifend. Und sie ist unglaublich scharf auf dieses Bild, was ich übrigens auch sehr lustig finde, weil hier glaube ich in dieser Szene zum ersten Mal dieses Suchtpotenzial dieser Gegenstände auftaucht. Und sie möchte wirklich alles dafür geben. Sie bezahlt nicht nur den unerschwinglichen Preis von 140 Dollar, sondern, ja, Gaunt spielt halt tatsächlich mit ihr und ist in dem Moment auch wirklich grausam. Er sagt, sie soll ihn einblasen. Und auch dazu wäre sie voll bereit und so weiter und so fort, hat er überhaupt keine Probleme, erniedrigt sich da komplett, nur Gaunt schlägt dann halt ihre Hände weg und ist recht angewidert von ihr und verkauft ihr dann letztlich dieses Bild für 140 Dollar und einen Streich an Henry Beaufort. Brian, über den haben wir ja gerade im letzten Kapitel schon geredet, nachdem er von seinem Traum aufgewacht ist, ist er hin und her gerissen. Einerseits weiß er, er möchte diese Baseballkarte nicht verlieren, aber er hat halt trotzdem so ein bisschen Probleme mit diesem Streich. Aber die Vorstellung, dass Gaunt ihm die Karte wieder wegnimmt, ist ihm dann halt tatsächlich doch zu viel und deshalb entschließt er sich, die ganze Sache durchzuziehen. Er fährt also zu Wilma Wirtschicks Haus, um ihr Wäsche mit Schlamm zu beschmutzen. Und ja, der Witz ist halt daran, dass es ihm tatsächlich so geht, wie soll ich sagen, er hat ja erst im ersten Moment tierische Angst, dass das Ganze schief geht, aber es ist tatsächlich so, dass er während dieser Aktion voll Gefallen daran findet, eben ihr was auszuwischen und er findet Spaß an dieser Grausamkeit, die er da begeht, auch wenn sie ja im ersten Moment haben, wo es ist. Und er geht dann heim, ist recht zufrieden mit sich und der Welt und sitzt dann zufrieden vor seiner Baseballkarte. Wie fandet ihr denn dieses Kapitel? Denn das, finde ich, ist eines der Schlüsseldinger schon ganz am Anfang. Weil wir eben hier wirklich das erste Mal dieses Suchtpotenzial tatsächlich sehen. und die Bereitschaft für diese Gegenstände alles zu tun, was nötig ist. Ja, das stimmt, das kommt hier zum ersten Mal vor. Aber ich glaube, in diesem speziellen Fall kommt da noch dieser Neid unter Freundinnen mit rein. Mhm. Die, ja, quasi Freundin, die zusammen am Telefon über alles Mögliche lästern, sich gegenseitig dann aber doch auch nichts weiter gönnen. Ja, ich sag mal, wie die Klischeehausfrau im amerikanischen Film. Ja. Würde ich sagen. Und, ja, auch dieses Suchtpotenzial, das, äh, ja doch, das wird sehr deutlich. Eben vor allem nicht nur bei Myra, ich meine, da ist es sehr plakativ, aber eben, finde ich, auch bei Brian, also wirklich dieses, ähm, ja, dieses Gefühl der Angst, der Verlustangst, also das fand ich schon sehr krass dargestellt hier und sehr schön. Äh, ja, das schließt sich schön an das letzte Kapitel schon an, ähm, gerade weil du sagst, auch diese Verlustangst, also es geht hier nicht nur darum, die Gegenstände zu besitzen, sondern sobald du sie besitzt, bist du richtig im Bann dieser Gegenstände. Das ist, ähm, auch etwas, das sich immer mehr und mehr aufbaut hier in diesem Buch. Mhm. Genau. Von dem Charakterwandel von Leland Gornt war ich in diesem Kapitel sehr überrascht gewesen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, wie weit, äh, der jetzt, ähm, gegenüber Myra Evans aufgetreten ist, quasi, äh, ja, wie kann man es sagen, ähm, erst sehr freundlich und jetzt auf einmal so obszön, äh, mit Verlangen, ja, hier, äh, blas mir ein, so eine Art, äh, und sie dann regelrecht dann wegstößt und sagt dann, wie niederträchtig das dann ist und abstoßend, also es war schon sehr interessant gewesen, wie, äh, der Wandel auf einmal da war. Mhm. Was auch hier, äh, glaube ich, meine persönliche Lieblingsszene ist und ich glaube, die löst auch so ein bisschen aus überhaupt, dass er so reagiert, ist ja die Tatsache, während, äh, Myra dieses Elfesbild in der Hand hält, hat sie ja einen Orgasmus. Denn das ist ja das, was dieses Elfesbild aus, äh, ja, auslöst und tut. Und, ähm, wie gelangweilt Gondra daneben stand und genervt mehr oder weniger schon, das fand ich so fantastisch. Das war eine der besten Szenen in diesem Buch. Und das löst dann eben natürlich auch wieder aus, äh, diesen, diesen Kontrast zwischen, ihm sind diese ganzen profanen Dinge zu unwichtig. Er findet seine Erfüllung eben darin, andere Leute mit dem zu quälen, was sie am meisten möchten. Ich glaube, dadurch hat es diesen sexuellen Kontext. Ja, das könnte durchaus sein. Okay, wollen wir weitermachen? Jo. In Kapitel 5 treffen sich Ellen und Polly in Nance Restaurant. Polly berichtet von Needful Things und das Gondrol genau das Richtige für sie hätte. Hugh Priest hat Angst, seinen Fuchsschmerz zu verlieren und wütet ihn wie einen Schatz. Außerdem gibt er den Vorsatz auf, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen und seufzt weiter. Wilma Jersik findet die total verschmutzten Laken vor und bekommt einen Wutanfall, indem sie Nettie anruft und wüstbeschimpft. Die ist dann furchtbar eingeschüttet und hat Angst um ihren Hund Raider. Norris Ritchick hat eine Magenverstimmung, die ist allerdings wie verflogen, als er im Schaufenster von Needful Things eine Basunangel sieht, wie sein Vater eine hatte und er bestießt sie zu kaufen. Ja, auch in diesem Kapitel wird die Stadt wieder größer, also nicht nur von den Menschen her, sondern auch vom Hintergrund der Menschen, sage ich mal. Wir erfahren auch mehr über Polly, die ja sehr stark unter Arthritis leidet und die Ellen nicht immer so ganz ehrlich über ihre Schmerzen Auskunft gibt. Und wir erfahren auch so ein bisschen über die Hintergründe von Buster, warum der vielleicht so sehr aufbrausend ist. Also, der scheint familiär doch auch schon vorbelastet zu sein. Es muss wohl einige psychisch kranke Familienmitglieder gegeben haben in seiner Familie. Und das fand ich halt tatsächlich sehr schön. Einerseits dieses Verhalten von Polly wegen ihrer Schmerzen. Ich glaube, jeder Mensch, der chronisch krank ist und mit anderen Menschen, die er auch lieb hat, interagieren kann, muss, soll, der kennt dieses Problem. Das ist halt ein gewisser Gewissenskonflikt, einerseits sich zu rechtfertigen, warum manche Dinge zum Beispiel gerade nicht gehen, aber andererseits eben dieses Bedürfnis, anderer Leute, die man liebt, nicht zu beunruhigen und vor allem nicht zu belästigen mit Dingen, an denen sie eh nichts ändern können. Und das hat mir, und darüber werden wir auch öfters noch reden, bei Polly auch sehr viel Tiefe gegeben, wie ich finde. Und ja, auch diese Vorgeschichte von Buster, das fand ich als solche gar nicht unbedingt sonderlich überraschend und auch eigentlich zwar wichtig für den weiteren Verlauf der Handlung, es ist allerdings ja relativ irrelevant, ob der jetzt alleine einen Klatsch weg hat oder nicht, aber was ich schön an dieser Szene fand, war eben, dass das Dinge sind, die man nur als Einheimischer logischerweise wissen kann und als jemand, der eben schon immer in dieser Stadt war und immer in dieser Stadt groß geworden ist und dass das Dinge sind, die zum Beispiel einem Ellen, der ja trotzdem, dass er schon lange da ist, von außerhalb kommt, nie so richtig offenbart werden würden, außer wenn er halt jemals den Verdacht hat und direkt danach fragt. Es würde ihn nie jemand darüber anhügen, aber man würde ihm das nie freiwillig erzählen, ohne Bedarf. Wobei man ja auch sagen muss, dass auch Polly nicht ihr ganzes Leben in der Stadt verbracht hat, aber da kommen wir ja später noch drauf. Ne, das sind so die Sachen, die weiß man als Bewohner einfach, da redet man nicht drüber. Da weiß jeder drüber Bescheid und wenn es später im Fernsehen kommt, sagt man nur, ach, er war immer so ein ruhiger Nachbar. Genau. Ja. Wobei das hier ja dann tatsächlich schon wieder interessant ist, dass er überhaupt mit dieser Vorgeschichte es geschafft hat, in dieses Öffentliche anzukommen. Fand ich an der Stelle auch ganz interessant. Ja, aber ich glaube, auch das ist so ein Kleinstadtding. Ja, aber gerade zum Beispiel eine Nettie mit ihrer Vorgeschichte, da würde keiner auf die Idee kommen. Ja, das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen Soziopath und Psychopath. Nein, aber das fand ich einen ganz hübschen Seitenhieb eigentlich auf die ganze Sache. Okay, wollen wir weitergehen? Jo. Andi, gut wär's, glaube ich, dann. In dem nächsten Kapitel da lernen wir eine weitere Person kennen und zwar Pete Jersik, der Mann von der Wilma Jersik. Er ist sehr gestresst von seiner Arbeit und vor allem von seinem Eheleben und deshalb hat er auch Beruhigungsmittel von dem Dr. Ray Van Allen verschrieben bekommen und davon darf seine Frau aber nichts wissen. Hin und wieder, wenn er merkt, bei Wilma ist es wieder so weit, dass sie am Austicken ist und kurz vorm Überkochen, dann gibt er heimlich auch Beruhigungsmittel in ihren Tee, damit sie dann halt wieder so abkühlt und wieder runterkommt und das ist auch der Fall, weil sie sehr erbost ist über Netti wegen der Geschichte, wegen ihrem Hund und ja und Wilma, die hat es dann schon so weit getrieben, dass sie dreimal täglich an dem Haus von Netti vorbeigefahren ist, um sie komplett einzuschüchtern und Netti hat dann auch schon so Angst bekommen, dass sie nicht mal auf Arbeit gehen möchte, weil sie Angst hat um ihren Lampenschirm, den sie gekauft hatte und ist hin und her gerissen, sie möchte Polly nicht enttäuschen und hat aber trotzdem noch die Riesenangst ihren Lampenschirm zu verlieren und schließt den extra schon in einem Schrank ein und kontrolliert mehrmals, ob der auch wirklich abgeschlossen ist und dann wagt sie dann doch mal einen Schritt vor die Tür und möchte in Richtung Polly gehen und dann kriegt sie dann wieder Gewissensbisse und überlegt verdammt habe ich jetzt auch wirklich den Schrank zugemacht habe ich jetzt auch wirklich die Tür zugeschlossen und das ging dann so weit dass sie nicht mehr in der Lage war auf Arbeit zu gehen und dass sie total verängstigt mit Wahnvorstellungen zu Hause sich hingesetzt hat hat Polly Bescheid gegeben ja hier ich kann leider nicht kommen sie hat Magenprobleme und hat sich dann mit einem Küchenmesser hingesetzt und hat dann aufgepasst dass ja keiner ihr zu nahe kommt und vor allem ihren Lampenschirm klauen möchte genau was ich hier tatsächlich an diesem Kapitel ganz hübsch fand und ich weiß nicht ob es euch so ging am Anfang hat man ja tatsächlich das Gefühl dass Nettys größte Angst ist dass dem Hund erst mal was passiert weil eben der Hund ja sowieso schon Gegenstand von Unmut war und in diesem Kapitel merken wir das erste Mal dass der Hund so ein bisschen im Hintergrund drückt und ihre größte Angst ist dass diesem Lampenschirm was passiert und auch hier sehen wir glaube ich tatsächlich wieder dieses Suchtpotenzial dieser Gegenstände das fand ich ganz hübsch was mir hier auch dabei noch aufgefallen ist scheinbar sind all die Leute die hier als erstes wirklich betroffen sind durch dieses Suchtpotenzial nennen wir es mal sind alles Leute die vorher auch schon psychische Probleme hatten genau das heißt naja wobei nicht nur psychische Probleme hatten aber zumindest für Manipulation aus welchen Gründen warum einfertig sind das meine ich dass Gorn sich wirklich erstmal die leichten Opfer aussucht genau und die schwierigeren wie Ellen zum Beispiel sich länger aufhebt hier ja noch erwähnenswert der Hund den Nettie hat dass das ein Geschenk von ihrer Freundin Polly gewesen war ja überhaupt ich finde diese Freundschaft zwischen Nettie und Polly die geht ja über das berufliche weit hinaus finde ich eigentlich ganz gut beschrieben also da haben wir schon definitiv unrealistischeres gelesen auf jeden Fall das definitiv ja überhaupt auch die die Ehe die Ehe der Jerseeks auch hier habe ich diesen Twin Peaks Vibe es gab ich glaube die Figur heißt auch Pete in Twin Peaks die auch mit dieser herrschsüchtigen Sägewerksbesitzerin verheiratet ist das hat mich wirklich sehr hier dran erinnert da auch dieser eher ruhige Pete der auch so ein bisschen hinterhältig ist und ihr die Tabletten in den Tee gibt und diese aufbrausende Wilma also die ganzen Verbindungen dieser Person finde ich wirklich gut beschrieben ja und vor allem auch die Tatsache dass quasi der Arzt ihm also er weiß dass die Arbeit die er hat zwar ein ja ein großes Stresslevel hat und so weiter er weiß aber gleichzeitig eben dass das Stresslevel das Pete in seinem Leben hat nicht unbedingt von der Arbeit kommt sondern primär ihn bedauert dass er eben mit dieser Frau verheiratet ist und deshalb ja mehr oder weniger ohne groß nachzufragen ihm diese Beruhigungstabletten verschreibt so im Sinn gemäß wer mit dieser Person verheiratet ist der braucht die wirklich dringend und das fand ich eigentlich ganz hübsch also dass tatsächlich diese Jörgik voll ihren Ruf in dieser Stadt schon weg hat in mehrerer Hinsicht und eben auch dass das Bedauern da so mitspringt ja das ist wieder wie wir eben gesagt haben das ist etwas das jeder weiß aber es ist halt so genau ja kommen wir dann zu Kapitel sieben mittlerweile ist Needful Things seit drei Tagen eröffnet und die Geschäfte laufen gut Leland Gownd verkauft an die Lehrerin Sally Radcliffe den Holzsplitter den auch Brian Rusk schon in den Händen hatte sie soll dafür dem Schuldirektor einen Streich spielen und mindestens sechs weitere Käufer beauftragt er auch mit Streichen aber wie wir schon gesagt haben dieser gute Sheriff Pengborn den kann er irgendwie nicht einschätzen die anderen Menschen kann er so lesen da weiß er was er ihnen anbieten muss wie er sie nehmen muss aber dieser Pengborn ist immer ein Rätsel und wir erfahren in diesem Kapitel jetzt auch mehr über Alan und Polly wir erfahren dass Alans großer Sohn sich mehr und mehr von ihm zurückzieht also er ist mittlerweile auf dem College und er besucht seinen Vater nur noch sehr selten und Alan weiß auch dass Polly ihn wegen den Schmerzen anlügt aber er denkt lass sie sie wird schon wissen wenn es schlimm genug ist wenn sie mir genug vertraut dann sagt sie schon die Wahrheit und wir erfahren auch mehr darüber ich habe ja schon erwähnt dass Polly nicht ihr ganzes Leben in Castle Rock verbracht hat wir erfahren dass sie einen Sohn hatte der aber auch schon sehr sehr jung verstorben ist Alan kennt die Wahrheit hinter dieser Geschichte nicht und Polly verrät hier auch noch nichts und letztendlich macht er sich auch weiterhin große Gedanken darüber ob der Tod seiner Frau vielleicht ein Selbstmord war und er spricht da auch mit Polly drüber weil Polly war eine der letzten Personen mit der Annie auch geredet hat und sie kommen zu der Erkenntnis dass Annie zumindest nicht vor hatte ihren Sohn zu töten also er glaubt nicht dass es ein Selbstmord war er denkt es war ein Unfall aber es ist schon merkwürdig weil sie war nicht angeschnallt sie stellen nur fest der Sohn ist freiwillig mit ins Auto also sie wollte nicht unbedingt dass er mitkommt es war also kein Versuch den Sohn zu töten zumindest das und am Ende dieses Abends und dieser langen Gespräche schlafen Alan und Polly miteinander ja und das tut den beiden glaube ich gut ja in Kapitel 8 geht es Menschen wieder nicht so gut denn der Fokus rückt zurück auf Buster Keaton und dessen Verfolgungswahn bricht gerade voll durch denn er sitzt in seinem Büro und erhält einen bösen Brief von der Steuerbehörde den sie sitzen ihm im Nacken sie haben nämlich herausgefunden dass er ja größere Schulden gemacht hat weil er spielsüchtig ist und sein ganzes Privatvermögen an der Pferderennbahn verloren hat was ihn dummerweise auch dazu verleitet hat nicht nur Steuern zu hinterziehen sondern auch die Steuergelder und die Gelder der Stadt zu unterschlagen und abzuzweigen und ja langsam kommen sie ihm eben auf die Schliche was ihn natürlich entsprechend unruhig werden lässt seine Frau Mörtel ist eigentlich überhaupt nicht böse darum dass er so selten zu Hause ist sondern eben oft an der Pferderennbahn und so weiter denn er ist halt auch zu Hause der Tyrann der generell ist aber sie hat halt überhaupt keine Ahnung von den Schulden die er mit sich rumschleppt und demzufolge auch nicht vor dem drohenden Unheil dass ihr da bevor steht aber dieses große drohende Unheil könnte natürlich abgewendet werden denn Leland hat auch hier wieder eine Lösung denn Buster sieht in dessen Schaufenster ein Spiel nämlich so eine aufziehbare Miniaturpferderennbahn und natürlich wird er davon magisch angezogen er betritt also den Laden und Gorn ist sehr jubial er offenbart dass auch er jetzt nicht unbedingt abgeneigt ist gegenüber Wetten und diesen Dingen und auch er weiß von ihnen und ja er gibt ihm so ein bisschen diese wiederverlorene Hoffnung einerseits dass er sie besiegen kann aber vor allem eben dass er sich das Geld wiederholen kann und erklärt ihm eben diese Funktionsweise von dieser Rennbahn und so weiter sie wetten auch darum das fand ich übrigens auch sehr interessant dass hier tatsächlich kein Kauf im eigentlichen Sinne stattfindet sondern eine Wette die aber eben aufgrund ihrer Natur genauso bindend ist wie ein Kauf finde ich ähm ja im selben Moment Alan hat jetzt ist jetzt wieder im Dienst und beschließt er muss jetzt eigentlich unbedingt Needful Fings mal einen Besuch abstatten er spricht darüber auch mit seinen beiden Deputies dieses Gespräch wird allerdings belauscht von Eddie Warburton und ähm dieser arbeitet für Garnt und warnt ihn entsprechend vor daraufhin schließt Garnt sein Geschäft damit eben er nicht anzutreffen ist wenn Alan seinen Besuch da macht deshalb findet Alan den Laden auch verlassen vor und geschlossen vor und die beiden beobachten sich ohne sich gegenseitig sehen zu können gegenseitig ähm ja durch diese getönten Fensterscheiben Alan kann eigentlich nichts sehen in den Laden außer eben so bisschen komisches Zeug und lustige Schaufenster warm billige Sachen eigentlich für ihn also für Alan sieht das alles nach nichts aus aber er glaubt auch tatsächlich Garnt hinter diesem Fenster zu sehen ist sich aber eben unsicher und tut das Ganze dann tatsächlich als ja Reflexion ab und ja aber wie gesagt also Alan kann eigentlich überhaupt nicht verstehen weshalb jetzt da unbedingt so ja so viel Hui um diesen Laden gemacht wird und geht dann unverrichteter Dinge und allerdings wird eher unruhig durch diese Begegnung denn er merkt erstens Alan sieht Dinge die er nicht sehen sollte also er spürt das er merkt das tatsächlich und ja also es für ihn doch tatsächlich eine Bedrohung Situation die für ihn auch wirklich in Aggression um schwingt denn Alan hinterlässt dann den Zettel dass er am Montag gerne wieder kommen und diesen lässt Horn dann in Rauch aufgehen gleichzeitig schwenkt der Fokus wieder zurück zum Mörtel zur Frau von Buster Kieten die die gerade wieder sehr besorgt um Busters Geistes Zustand denn er hat sich in seinem Büro eingeschlossen und schreit rum aber er spielt mit seiner Pferderennbahn und geht eben im Geiste die Rennen der nächsten Tage durch denn dieses lustige Pferderennspiel hat die Möglichkeit oder die Fähigkeit die Renn Ergebnisse der nächsten Tage vorauszusehen weil sie zu Hause nicht mehr aushält flieht Nörtel dann aus dem Haus und geht zurück zu Needful Sings und kauft dort eine unglaublich bezaubernde Puppe die ihr eben auch entsprechend Seelenfrieden wiedergibt Polly dagegen hat wieder nicht unbedingt viel Frieden denn ihre Schmerzen werden immer schlimmer und gleichzeitig quält sie eben auch ihr Gewissen nicht nur weil sie Ellen über ihre Schmerzen gelügt sondern auch wegen ihres wie gesagt schon jung verstorbenen Sohns Kelken was ich übrigens einen total dämlichen Namen finde aber das nur am Rande ja und hier erfahren sie halt tatsächlich was passiert ist eben dass sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation als alleinerziehende Mutter bezwungen war eben entsprechend zu arbeiten und während dieser Zeit ist durch eine Unachtsamkeit der Babysitterin ein Brand in der Wohnung ausgebrochen in der sowohl die Babysitterin als auch ihr Sohn umgekommen sind aber sie möchte halt dieses Geheimnis für sich behalten einerseits einfach für sich weil es ist ihr Leid und ihr Schmerz ist ihr Eigentum und den hat sie mit niemandem zuteilen zu müssen aber andererseits hat sie natürlich wirst du Angst dass das Ganze zu einem Stadtgespräch wird und deswegen lügt sie auch diesmal Ellen wieder ein als er sie anruft wir bekommen hier zum ersten Mal mit dass wirklich übernatürliche Dinge im Spiel sind einmal das mit dem Zettel der in Klamm aufgeht also Gaunt hat zumindest übernatürliche Fähigkeiten wenn er nicht sogar ein übernatürliches Wesen ist und diese Pferderennbahn dass die ja quasi in die Zukunft wecken kann ist auch erster Hinweis darauf dass hier nicht mit natürlichen Dingen vor sich geht genau in Kapitel 9 gelingt es dann Nettie sich selbst zu überlisten und Polly eine selbstgemachte Lasagne nach Hause zu bringen da diese gerade besonders starke Schmerzen in den Händen hat kümmert sich Nettie um sie und gibt ihr das Versprechen Mr. Gaunt aufzusuchen und ihn zu einem Hausbesuch zu bewegen dort wird sie dann an den Streich erinnert den sie ja Buster spielen sollte währenddessen ist Newpriest in Netties Haus eingebrochen und hat ihren Hund Raider getötet und eine Nachricht angeblich von Rima Drosic hinterlassen Prime ein und zweit Streich aus dem er alle Fenster der Drosic mit Stein einwirft an denen vermeintliche Botschaften von Nettie befestigt sind die Drosics sind währenddessen in der Kirche so dass sie da nichts mitbekommen aber auf seiner Flucht wird er von einer Nachbarin gesehen kann sich jedoch herausreden Was ich hier ganz interessant finde ist tatsächlich ich glaube am wichtigsten dieser Punkt dass wir hier das erste Mal erfahren das Ding und dieser Kaufvertrag ist eben nicht abgeschlossen wenn der erste Streif gespielt ist sondern der Handel ist dann abgeschlossen wenn Gorn sagt er ist abgeschlossen weshalb eben Ryan irgendwo dazu gezwungen ist auch diesen zweiten Streich zu spielen was ja eigentlich überhaupt nicht Bestandteil der Abmahrung war das finde ich hier sehr beachtlich an der ganzen Sache ja und da wurde Gorn unsympathisch weil er sich nicht an diesen Vertrag hält sondern was zufügt vorher dachte ich ah ja gut macht halt Handel und wer darauf eingeht ist selbst verantwortlich aber dies nochmal dazufügen da hat er meine Sympathie verloren ja bisher war er so irgendwie sehr auf Ordnung bedacht und das stört diesen Gesamteindruck so ein bisschen ja fandet ihr die Szene mit dem Hund auch so schlimm natürlich also ich fand das sehr heftig vor allem man konnte richtig nachfühlen wie das dann richtig extrem wurde quasi der Hund erfreut sich erst richtig und dann wird dann so übles wieder erfahren das ist schon sehr heftig also ich fand das sehr unangenehm ja vor allem was ich halt immer wieder aber das geht mir bei allen Büchern so feststelle da können sich Menschen gegenseitig die Gitarme rausschneiden das ist mir scheißegal aber lass das Hundi in Ruhe ja das das ist aber ich glaube das geht jedem so äh Menschen was soll's die bringen sich ständig um aber der arme Hund hat doch nichts gemacht ja man könnte auch noch sagen dass nachdem der Juppies das gemacht hatte äh regelrecht geläutert wurde was er gerade eingestellt hatte und panisch dann das Haus verlassen hat ja das stimmt was ich hier in dem Kapitel aber wirklich noch richtig schön fand war tatsächlich diese diese Szene mit dem Hausbesuch also wie die beiden Frauen Polly und Nettin miteinander interagieren äh Flo du hattest ja gerade schon gesagt es ist tatsächlich eine der realistischsten Freundschaften die wir jemals hatten in einem King Buch und das fand ich grandios also diese ganze Interaktion zwischen den beiden und auch diese Beschreibung von von Polly's Verhalten während dieser Schmerzen und so weiter das fand ich unglaublich eindrücklich und unglaublich realistisch ja auf jeden Fall und King macht ja auch an diesem Teil des Kapitels etwas das er eigentlich immer gerne macht ähm er nimmt was vorweg und der letzte Satz ist ja ähm es war das letzte Mal dass Polly sie lebend sah und dieses ich um das auf das zurückzukommen was wir vorhin gesagt haben für mich geht wird hier das Licht dunkler mit diesem Satz fängt es an naja fängt an ist zu viel gesagt aber hier wird es dann richtig dunkel ja vorher gab es schon mehr aber ab hier eskaliert es halt immer mehr ja richtig diesen letzten Satz den Nettie zu Polly gesagt hatte das war für mich dann so ein richtiger Gänsehaut Moment wo dann der Erzähler sagt ja das sind die letzten Worte die Nettie zu Polly sagt das war schon richtig heftig also war schon nicht ohne ja wie gesagt auch da muss ich wieder sagen das ist leider wieder an mir vorbeigegangen weil ich eben die Geschichte schon kenne also wie gesagt ich habe das jetzt zum dritten Mal gelesen das hat nicht mehr den Effekt wie ich es hatte beim ersten Mal lesen aber was mir wirklich nahe ging war diese Beschreibung der Nacht von Polly also eben diese Schmerzen dass sie so unfähig ist dass sie eben nicht mal mehr in der Lage ist Antischmerztabletten ranzukommen aber gleichzeitig sich so dringend braucht dass sie sich dazu erniedrigt die tatsächlich mit der Zunge zu angeln und als Mensch der in diesem Zustand schon oft und zu oft war das ist eine Beschreibung und das war zu nah an der Wahrheit also das war eine Szene die hat mir tatsächlich die hat eingestogen bei mir und zwar echt extrem und natürlich ist gerade das wirklich auch diese Selbsterniedrigung die mit Schmerzen einhergeht zwangsweise ist natürlich ein ganz relevanter Punkt dafür weshalb Polly letztendlich genauso manipulierbar ist wenn nicht sogar schlimmer manipulierbar wäre als all diese Menschen die eben vielleicht entweder eh schon einen psychischen Knacksweg haben oder einfach aus Boshaftigkeit oder aus Neid oder aus ja anderen Gründen eben manipulierbar sind aber gerade bei ihr hat das ja ein ja sie ist halt ein Einfallstor ein extremes und das fand ich sehr 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 interessant wie es hier beschrieben wurde überhaupt finde ich dass wir hier in diesem Buch glaube ich mit die realistischsten Figuren haben die wir bis jetzt hatten also vor allem auch in der Menge wir hatten ja schon öfter Figuren okay die konnte man gut nachvollziehen aber hier ist bis jetzt noch keine dabei gut ich mache bei Leland Gaunt ein paar Abstriche vielleicht aber das ist auch ein Sonderfall aber es ist keine Figur dabei die ich jetzt hier so komplett erfunden fühle ja reden wir dran drüber aber ja grundsätzlich bin ich weiter gut gehen wir ins nächste Kapitel jawohl in dem Kapitel Nummer 10 geht es darum dass sich Myrtle Keaton hat sich gewundert was ist passiert auf einmal wie ein Wunder verhält sich ihr Mann ganz anders als sonst weil sonst kennt sie ihre Ehe nur daher dass sie regelrecht immer angebrüllt wird beleidigt wird und naja auf jeden Fall wundert sie sich dass ihr Mann jetzt ganz wie gewandelt sehr freundlich und zuvorkommend ist ist sehr nett zu ihr und der Tag der fängt an dass sie zusammen schlafen abends gehen sie gemeinsam nett essen liebe Leiden werden ausgetauscht und und Myrtle hat wirklich gedacht ja vielleicht hat sich ja jetzt mein Mann geändert und die nächsten Jahre die werden noch richtig schön und sonst wenn sie unter der Angst gelitten hatte die von ihrem Mann eingeflößt wurde hat sie sich immer zurückgezogen und hat dann über Puppen gesprochen hat sie liebevoll umarmt und hat dann da ihren Schutz gesucht und ja sie wusste aber leider nicht woher das kommt dass der Buster sich gewandelt hatte das lag nämlich daran dass der Buster einen Tag vorher 18.000 Dollar an der Pferderennbahn gewonnen hatte durch die Tipps die er erfahren hatte durch das Spiel was er von dem Leland Gond gekauft hatte und ja Buster hat sich wohlgefühlt und hatte gedacht er könnte damit dann auch einen Teil seiner Schuld begleichen und war erstmal sehr glücklich gewesen in dem Moment in der Abwesenheit von Myrtle und Buster hatte sich dann Nettie in das Haus eingeschlichen von dem von den Keatons und hat dort überall egal wo sie hingegangen ist hat sie Strafzettel mit dem Namen Norris Richwick befestigt mit unterschiedlichen Verfahren äh Vergehens äh Vergehen äh zum Beispiel der größte Penner in Castle Rock oder halt falsch parken auf dem Behindertenparkplatz oder Veruntreuung und 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 überall in der ganzen Wohnung wurden die Strafzettel verteilt dass man egal wo man hingeschaut hat dass man überall auf diese Zettel gestoßen ist Zornetti verspürt dann auf einmal dass dann ähm die Keatons auf dem Heimweg sind und äh wird nervös und bricht leicht in Panik aus in Gedanken spricht dann der Leland Gond mit ihr und versucht sie zu beruhigen und äh kann auch ein bisschen Zeit für sie gewinnen indem dann äh Myrtle Keaton drum bittet sie bei einer Freundin rauszulassen und Netti kann dann diese Zeit nutzen sich dann halbwegs auf den Weg hinaus zu begeben wird aber leider überrascht durch das Geräusch des Autos und der Garage und ähm als Buster das Haus betreten hat äh war sie wie versteinert und hat sich versteckt und ähm Buster der war komplett entsetzt als er dann in seinem Haus die ganzen Zettel gefunden hat die ganzen Strafzettel äh und hat dann gleich panisch reagiert die Verfolger die waren hier gewesen und wissen Bescheid über die Veruntreuung und äh den Betrug den er gemacht hatte Buster der war so abgelenkt dass er nicht bemerkt hatte dass dann Netti das Haus verlassen konnte und ähm hat dann panisch dann versucht die ganzen Zettel einzusammeln in der Zwischenzeit kamen dann Netti und Wilma zu Hause an Wilma bemerkte dass irgendwas nicht stimmte weil nämlich die Gardinen vom Wohnzimmer rausgeflattert äh ihr entgegen kam und bemerkte oh die Fenster sind eingeworfen hat dann das Haus betreten und hat dann gesehen nicht nur die Fenster sind zerdöppert sondern auch ähm die Wände sind beschädigt worden der Fernseher ist in Mitleidenschaft gezogen worden die gute Weckrowelle die ist nicht mehr ganz und ähm hat auch gesehen dass bei den Steinen die durch die Fenster geworfen wurde ein Zettel befestigt worden und auf jedem Zettel stand das gleiche ähm dass äh sie äh in Ruhe gelassen werden soll äh ne was stand da nochmal auf den Zetteln so und Wilma war so erbost weil sie sofort wusste das kann nur von Netti gekommen sein und schnappte sich ein äh Fleischer Messer zur selben Zeit äh ist Netti nach Hause gekommen ähm die Wohnung war dunkel sie betritt den Raum und äh stößt äh mit dem Fuß gegen irgendwas äh was am Boden gelegen hatte sie fässt es an und merkt dass es äh ihr Hund ist und merkt dass äh er leider verstorben ist äh und bemerkt dann dass äh der Hund ermordet wurde mit einem Taschenmesser und an dem Taschenmesser war ein auch ein Zettel befestigt auch mit einer Warnung wo dann äh Netti davon ausgegangen ist dass äh Wilma bei ihr war und hat ihren Hund getötet Netti rastet auch vollkommen aus ähm schnappt sich ein Hackbeil und äh stürmt aus dem Haus raus und möchte nur noch äh Rache nehmen beide Frauen stoßen dann äh stoßen dann an einer Straßenecke aufeinander wie ein äh wie in einem Western äh Western Duell stehen die zwei Frauen äh gegenüber schauen sich erbost an und äh werfen sich gegenseitig Beschimpfung an den Kopf und äh und äh bezichtigen gegenseitig äh die Taten die sie begangen haben einmal die Steinewerferei und zum anderen der Hund der ermordet wurde und ähm und bringen sich dann auf brutalste Art und Weise gegenseitig um und das endet dann darin dass dann ein Hackbeil bei Wilma Josig im Kopf stecken bleibt und äh Netti den letzten Atemzüge ihr noch gesagt hatte dass sie ihr Hündchen in Ruhe lassen sollte und dass sie jetzt bei ihrem Hund jetzt wieder gemeinsam sein wird ja ineinander verschlungen lagen dann beide Frauen am Straßenrand und eine große Blutlache kam her trat um die Damen herum und eine Nachbarin äh die panisch das beugt hatte hat dann die Polizei gerufen und ja das war das Ableben von Netti Kopp und Wilma Josig in der Zwischenzeit kam dann Mörtel nach Hause ähm und hat dann Buster gesucht der eigentlich sich ein Footballspiel anschauen wollte aber nicht aufzufinden war und ähm hat dann ihn gesucht hat dann gerufen und dann hat sie gemerkt dass Buster wieder in seinem Arbeitszimmer sich verschlossen hat und hat dann angefangen sie wieder zu beleidigen auf das äh Böseste was es überhaupt gab und ja für Mörtel ist dann regelrecht die heile Welt zusammengebrochen und ist dann zurück ins Zimmer gegangen wo ihre liebevolle Puppe schon auf sie wartet und dann bei ihr dann den Trost gesucht hatte bei diesem Kapitel fand ich das sehr extrem wie das dann ausgeartet ist wie gesagt da hat wirklich nur ein kleiner Funken gereicht ähm das ja ein total austicken und dieser Funke waren halt diese Steinewerferei und dann halt das mit dem Hund das war schon sehr extrem und dann halt dieses totale Ausblenden von allen Sinnen äh und dann nur noch diese Rache und Mordlust dann rauskam ohne irgendwie großartig noch äh Worte zu finden oder irgendwas zu klären schnappen sich dann beide Damen ein Messer und dann das Ball und dann aufeinander zugehen das war schon sehr extrem ja das auf jeden Fall aber es gibt in diesem Kapitel ein paar Dinge die ich absolut nicht verstehe ähm also dieser ganze Gedanke mit Netti und Wilma das verstehe ich irgendwo weil die eine hat sowieso keinen Impulskontroller und die andere hat in dem Moment keine Impulskontrolle mehr als ihr wieder das alte Trauma aufgerissen wird das verstehe ich dass die beiden so aufeinander los sind ähm was ich aber zum Beispiel nicht verstehe ist diese ganze Handlung mit Buster dass eben er überhaupt erstmal mit seiner Frau jetzt toll essen geht und hui macht und so weiter denn es kommt ja schon in dem Gespräch raus dass er trotzdem nicht ganz bei der Sache ist das heißt warum das überhaupt gemacht wird außer um sie halt aus dem Haus zu schaffen ja ist eigentlich für mich eine relativ unglaubhafte Szene ähm wie er dann tatsächlich reagiert als er die Zettel findet das passt wieder in den Charakter rein da bin ich voll dabei auf jeden Fall ja ich hätte mir das so zusammen greift dass er durch diesen Riesengewinn euphorisiert ist und denkt ach ja mein normales Leben ist wieder in kreifbarer Nähe ich mache jetzt normale Sachen ja aber ich sag mal so die Ehe von den beiden war ja so wie es klingt schon im Arsch bevor diese ganze Pferdrennbäum Geschichte losging und so weiter ich hätte das eher verstanden also für mich wäre es realistischer gewesen wenn er jetzt irgendeine Öffentlichkeit Veranstaltung hätte besuchen müssen mit ihr um dort auf gut Mensch zu machen und auf Wahlkampf von wegen wir sind eine tolle Familie und Ideen dann wäre er trotzdem außer Haus gewesen und das hätte eine Logik gehabt so war mir das einfach zu konstruiert ganz einfach ich hätte das schön gefunden wenn das vielleicht so eingebaut wäre wenn Leland Gornt zum Beispiel zu Kieten gesagt hätte ja prima du hast Erfolg gehabt auf der Rennbahn dann feiere das doch mit deiner Frau zum Beispiel wäre aber glaube ich auch schwierig gewesen aber ich weiß was du meinst auf jeden Fall aber so wie es konstruiert war war es eher unlogisch finde ich ja das war ein bisschen unpassend gewesen jetzt auf einmal diese freundliche Szene wo man eigentlich sich denkt naja eigentlich kann ja seine Frau nicht ab aber jetzt auf einmal dann doch wieder war ein bisschen unverständlich ja und vor allem dass sie halt auch so voll drauf einfällt das das begreife ich halt nicht das kann ich ihr erklären es ist eine King Fountain Uhr ja ich hätte es realistischer gefunden wenn vorher erwähnt worden wäre ja die gehen jede Woche einmal essen um den guten Schein zu wahren ja das meine ich eben mit so Wahlkampf mäßig genau einfach so ja denke ich auch ähm jetzt muss ich kurz fragen haben wir jetzt den Teil mit Polly schon besprochen gehabt in diesem Kapitel oder sind wir den übergangen wir haben aber in diesem Kapitel noch eine ganz wichtige Szene denn sie begibt sich ja in diesem Kapitel auch selbst zu Needful Things nachdem ja Nettie nicht mehr dazu kam einen Hausbesuch mit Gorn auszumachen für sie und Gorn ist erst mal sehr freundlich zu ihr und so weiter sie kriegt zwar mit dass da so im Hintergrund Polizeisirenen und Zeug sind aber ja sie gehen halt trotzdem in den Laden und Gorn ist auch gleich direkt zuvor kommt bietet ihren Stuhl an und so weiter und so fort und er spricht mit ihr über diese Arthritis und auch über ihre Verzweiflung und auch darüber was sie schon erfolglos ausprobiert hat und bietet ihr Vulu an nämlich ein lustiges ägyptisches Amulett namens Askar das ja irgendwas lebendes in seinem Innern hat allerdings behauptet Gorn das seien Kräuter und man erklärt ihr dann eben dass man dieses Amulett auf der Haut tragen soll weshalb die Schmerzen dann besser werden würden man darf es aber eben nicht abnehmen weil quasi in dem Moment wo diese Kette unterbrochen wird dieser ständige Verbesserungseffekt also der potenziert sich halt durch die Dauer des Tragens deswegen soll man es nicht abnehmen weil es dann eben wieder ganz schlimm wird und er bietet ihr auch an sie soll es erst mal ausprobieren er möchte erst mal gar kein Geld dafür haben und auch sonst nichts und der Effekt zeigt sich eigentlich schon in dem Moment als Polly tatsächlich selbst die Kette umlegen kann was sie vorher wie gesagt sie hat ja die Tablettenpackung nicht mal aufgebracht eigentlich ein völliges Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre und ja wie gesagt sie nimmt dann dieses Amulett erst mal probeweise an ist aber tatsächlich schon wieder vollkommen irritiert weil sie Gott einerseits so sympathisch findet aber andererseits sich komplett vor seiner Berührung und vor seiner Nähe seiner körperlichen Nähe zurückscheut aber sie nimmt das Amulett an und erklärt sich bereit es erst mal zu testen ich glaube dass Polly so misstrauisch ist das hat auch damit zu tun also es hat nicht damit zu tun deswegen verkauft ihr das Amulett nicht direkt sondern gibt es erst mal zum testen weil er will sie langsam überzeugen sie scheint auch eine der Personen zu sein die nicht so ganz leicht auf seine Tricks reinfallen genau ja und vor allem ich glaube halt also wie gesagt ich habe an dem Charakter Polly unglaublich mein Spaß aber diese Beschreibung wie er ihr halt aufbetet du hast doch schon alles versucht was irgendwie in den Möglichkeiten war natürlich ist das Hokus Pokus er tut ja nicht mal so als wäre es kein Hokus Pokus aber er sagt was hast du denn für andere Möglichkeiten und es kann ja keinen Schaden machen und das ist tatsächlich eine Argumentation die gerade in der Situation glaube ich tatsächlich sehr sehr gut wirkt viel besser als zu behaupten das ist jetzt das Allheilmittel weil Allheilmittel wurden uns schon tausend verkauft und teils davon bringt was ist ein bisschen wie Homöopathie im Prinzip ja ihr Versuchmarsch habt ja nicht aber er will wenigstens erst mal kein Geld haben das stimmt aber ich kann das Amulett irgendwie nicht ernst nehmen weil es so als T-Sieb beschrieben wird ich weiß nicht irgendwie stelle ich mir das komisch vor das hat aber bei mir tatsächlich funktioniert also diese klar das sagen sie bei der Homöopathie auch immer ich hatte dazu tatsächlich ein Bild vor Augen also das hat für mich schon geklappt ich und auch darüber werden wir reden ich habe aus irgendeinem Grund bei diesem Buch sehr viele falsche Erinnerungen und ich weiß nicht ob die aus dem Film kommen weil eigentlich habe ich den Film nicht gesehen aber ich habe sehr viele Dinge anders in Erinnerungen als sie sind aber für mich ist dieses Amulett so eine Art Herz Anhänger mit Metall Streben die Löcher haben und das ist glaube ich das was er meint mit es sieht aus wie ein T-Sieb also die Beschreibung hat für mich trotzdem funktioniert ich denke auch dass es so tatsächlich ist nur ich habe halt ein T-Sieb das ist so ein T-Ei und und das Ding dazwischen einfach um den Hals hängen zu haben das sieht in meinem Kopf so lächerlich aus und das kriege ich einfach nicht reng im Film da sieht das Amulett wirklich so ähnlich aus wie ein T-Ei ist halt wirklich so Silbern hat da so drei Seiten und unten hat es eine Öffnung wo dann auch später im Film dann auch einmal versucht mit einem Messer oder sowas mal reinzustechen und dann kriegt Polly einen Schock daraus aber ansonsten sieht das wirklich aus wie so ein T-Ei ohne Scheiß okay gut wollen wir noch zum nächsten Kapitel gehen ja das ist jetzt nachdem eben Kapitel 10 sowas wie der Höhepunkt des ersten Teils war ist Kapitel 11 jetzt noch so das Nachspiel dieser ganzen Ereignisse wir leben mit wie Alan und Norris an der Autopsie von Nettie und Wilma teilnehmen und auch wenn alles irgendwie ja schon passend erscheint was sich da herausstellt irgendwas stimmt da für Alan nicht also irgendwas ist komisch Alan lässt dann in dieser Nacht Norris noch am Revier raus und da wird der jetzt Opfer seines Streiches er hat nämlich ein Geschenk bekommen das sich als Rattenfalle herausstellt und seine Finger einquetscht und er vermutet natürlich da steckt Buster dahinter in Wirklichkeit war es Cynthia Rose Martin aber die Wirklichkeit interessiert Norris ja nicht denn er hat jetzt erstmal Riesenangst dass Buster aus seiner geliebten Angel was angetan haben könnte Alan fährt unterdessen weiter zu Polly und sie reden halt über das was mit Nettie passiert ist über Nettie und hier kommt Alan so langsam drauf dass im zeitlichen Ablauf ja dieses das war kein Motto sagen mal dieses Amoklauf dieser beiden Frauen dass irgendwas nicht stimmen kann aber er kommt noch nicht so richtig dahinter währenddessen werden auch weitere Streiche gespielt der Tankwart Ricky Bisonette wirft einen Umschlag bei Reverend Rose ein es ist ein obszöner Drohbrief gegen die Casino Nacht und Gaunt ist mit all den Ereignissen sehr zufrieden also seine Gala Eröffnung war ein voller Erfolg und er beschreibt diese Kleinstadt wie so Sicherungskästen man muss nur einfach die richtigen Leute miteinander verkabeln bis es zu so kleinen und immer größeren Explosionen kommt und warum er das macht ja zum Spaß er verschränkt seine Hände ineinander und gräbt seine Fingernägel in sein Fleisch und in diesem Moment haben überall in Castle Rock die Bewohner schreckliche Albträume und Gaunt ist sehr zufrieden und denkt es ist jetzt langsam Zeit sich einen Gehilfen zu suchen und dann kann er bald voll loslegen und damit endet der erste Teil dieses Buchs dann würde ich sagen reden wir doch zuallererst mal über Boyne Boyne ist ja tatsächlich so der erste Charakter den wir kennenlernen er ist und hier muss ich sagen wir haben ja öfter mal King Kinder Figuren ich finde ihn erstaunlich unnervig ja obwohl er einige Teile wichtige Teile der Handlung trägt hat er aber auch nicht viel zu tun ich glaube er ist unnervig weil er nicht ganz so viel Persönlichkeit hat das stimmt ich finde ihn für elf Jahre auch recht erwachsen das sind die King Kinder aber eigentlich alle aber haltet ihr ihn für realistisch schon ich kann mich an nichts erinnern was mir als unrealistisch aufgefallen wäre also ich muss sagen ich mag ihn auch wie gesagt er ist nicht im Weg er stört nicht aber ich mag eben wirklich seine ja seine Unschuld schlicht um ergreifend dass er eben wirklich er will halt dieses Facebook nicht um es irgendjemandem zum Beispiel wegzunehmen sondern er will es einfach weil er damit eine schöne Erinnerung verbindet vielleicht mit eben seinem Papa oder mit besseren Zeiten als seine Mutter noch nicht so bekloppt war und diese Dinge wo ja wir bei anderen Leuten eine ganz andere Motivation teilweise finden also bei ihm ist es wirklich noch relativ unschuldig und relativ einfach und dass gerade deshalb er natürlich als das leichteste Opfer derjenige ist der den Stein ins Rollen bringt das finde ich von der Konstruktion dieser Geschichte sehr hübsch dann im selben Atemzug lernen wir ja auch seine Mutter Cora kennen und auch da wieder eine typische King Frauen Figur sie gönnen sich gegenseitig nichts sie können nichts sie machen nichts sie sind nur am lästern sie vernachlässigen ihre Kinder sie vernachlässigen ihre Pflichten furchtbares Vibe ja ja definitiv schrecklicher Charakter man kann sie man sieht sie direkt so vor Augen diese übergewichtige hillbilly Mutter das ist irgendwie ein gliché das hier vollkommen zutrifft was ich hier aber auch noch interessant finde das werden wir dann im zweiten Teil sehen ging es so also sie war von anfang an unsympathisch und komisch und ich hab auch von anfang an nicht das Gefühl gehabt als würde sie sich jetzt sonderlich viel über ihre Kinder bescheren und um ihre Kinder kümmern aber natürlich eskaliert diese Vernachlässigung in dem Moment als sie eben ja ihre eigene Sucht mit ihrer Brille da verfällt aber was ich interessant fand ist dass man es wirklich geschafft hat in der Unsympathie Kurve dieser Person tatsächlich noch eine Steigerung reinzubringen über den Verlauf des Buches ja das schafft er tatsächlich gut also sie ist mir eigentlich vom ersten Kapitel an sie ist ja eine der ersten Figuren die wir kennenlernen ist sie mir vollkommen unsympathisch und mir tut Brian sogar leid am Anfang hier Brian und auch sein Bruder dass sie mit so einer Mutter aufwachsen müssen ja und du hast recht es wird eigentlich immer schlimmer nämlich Mördel das ist wie gesagt die Frau von Buster Keaton und da muss ich sagen ich finde sie sie ist eigentlich völlig egal ja sie ist wahrscheinlich ist die Buster Keaton egal und uns als Lesern genauso sie ist einfach da als schmückendes Beiwerk ja und vor allem nur als Opfer das ist die hat nur eine Opferfunktion mehr auch nicht aber sie kriegt eine schöne Puppe ja und das ist zum Beispiel auch so was was ich nicht verstehe ich meine klar sie ist anfällig sie ist gute Kundschaft für Gaurnt okay aber warum sie wichtig genug ist um überhaupt in diese Rechnung reingenommen zu werden weiß ich nicht das würde ich verstehen wenn man sie gegen Buster hetzen würde das wäre aber schon wieder zu einfach aber dann würde ich das verstehen aber ansonsten ist sie eigentlich völlig irrelevant es wäre offensichtlich gewesen ich würde sagen sie ist eher dafür da um das Verhalten von Buster noch mal zu unterstreichen ja das stimmt mehr so ein Mittel zum Zweck als ein tatsächlicher Charakter würde ich auch sagen dann habe ich mir aufgeschrieben Sean das war der Bruder von dem Prime ja naja und beide sind halt finde ich also genauso wie Myrtle ist er halt einfach nur und das werden wir jetzt im späteren Verlauf des Buches rauskriegen einfach nur ein traumatisiertes Opfer der Umstände also er hat ja nun eigentlich selbst überhaupt nichts böses getan und er geht einfach in diesem Scheißesturm in dieser Stadt unter genauso wie Myrtle ist auch für den späteren Verlauf aber auch eine Schlüsselfigur vor allem für Alan Peng genau ja das nachdem was mit wir haben jetzt noch nicht gesagt was mit Brian geschieht das kommt dann jetzt erst in Teil 2 ab dann wird Sean ein klein bisschen wichtiger aber er ist halt auch wirklich eher ein Handlungselement als ein Charakter ja wichtiger Punkt ist Nettie natürlich und an ihr habe ich sehr viel Spaß gehabt also einerseits diese misshandelte Frauenfigur die wir ja auch bei King öfters haben ich sag nur bei S zum Beispiel und so weiter und so fort aber auch hier haben wir wieder diesen Moment des Stärke Findens bis hin zur absolut nicht mehr vorhandenen Impulskontrolle und ihr Charakter fand ich eigentlich sehr 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 hübsch ja habe ich sehr viel Spaß gehabt eben einerseits diese Schüchternheit diese Unsicherheit andererseits diese unbedingte Loyalität ähm und eben im nächsten Moment diese ja dieses Trauma und die Konsequenzen die dieses Wecken dieses Traumas hat für sie Für Leland Gorn finde ich ist Nettie eher so eine tickende Zeitbombe wo man eigentlich nur den richtigen Moment abwarten müsste um sie dann anzusetzen sind aber das weiß ich gar nicht ich würde sie für mich gar nicht als tickende Zeitbombe lesen sondern einfach sie ist deshalb einfach weil jeder andere in dieser Stadt davon ausgeht dass sie eine tickende Zeitbombe sein muss nicht mal weil die Wahrscheinlichkeit an sich wirklich hoch wäre das ist halt für sie ist für mich so eine selbst erfüllende Prophezeiung irgendwo Ja würde ich auch sagen also wenn man Nettie so kennenlernt kriegt man immer weniger das Gefühl dieser Zeitbombe aber dass sie von außen so gesehen wird das ist wieder wahrscheinlich dieses Gesetz der Kleinstadt die ist einmal durchgedreht die wird wieder durchdrehen aber ist halt so wir reden nicht weiter drüber aber ich finde Nettie einen sehr interessanten Charakter eben keine typische King Frauen Figur sie hat viele Probleme und sie ist aber trotzdem sehr sympathisch und sie wirkt real gerade auch in ihrer Beziehung mit Polly gefällt mir gut weil ich finde es eigentlich traurig dass sie eins der ersten Opfer wurde Ja andererseits war es aber zu erwarten Es musste ja auch jemand treffen Ich hatte eigentlich erwartet dass es nicht so schnell zu Opfern kommt sondern dass erst noch ein bisschen mehr losgeht und dann alles auf einmal kommt deswegen war es für mich schon eine kleine Überraschung aber hat es trotzdem in die Geschichte gepasst Ich würde sagen das lag vielleicht auch mit an dem Hund dass sie wahrscheinlich als erstes mit drauf gehen musste Der arme Hund Wie steht ihr denn zu ihrer Freundin Polly Also wie gesagt ich finde Polly ist definitiv einer der besten Charaktere die wir im King Universum haben Lege ich mich auch fest gilt auch für die Zukunft sie sie für mich einer der realsten einer der tiefgehendsten und einer der sympathischsten aber gleichzeitig auch vielschichtigsten Charaktere die wir haben Ja stimme ich dir absolut zu Das stimmt Vor allem auch diese Hintergrund Geschichte von der außer ihr niemand weiß die ist eigentlich sehr sehr gut gezeichnet Das ist ja auch schon das dritte Mal dass wir ihr begegnen Naja namentlich zumindest In Stark wird sie schon kurz erwähnt als Arbeitgeberin von Alans Frau Annie und in Zeitraffer kehrt sie den Bürgersteig Also das finde ich ganz lustig dass dieser absolute Nebencharakter hier jetzt zu einer so wichtigen und vor allem so gut ausgearbeiteten Hauptfigur wird Genau und was ich halt an ihr wirklich so wichtig finde und so diese ganze Vorgeschichte mit ihrem Sohn und so weiter die ist schön dass sie da ist aber die hätte es für mich nicht gebraucht also so gar nicht die ist natürlich da um für Garnt ein Eskalationspotenzial zu haben aber ansonsten ist für mich ihre ganze Geschichte mit Schmerz mit Umgang mit Schmerz mit ähm eigenem Anspruch was sowohl ihre Arbeit als auch ihr Privatleben angeht als auch die Tatsache eben sich das Leben nicht versauen zu lassen durch diese Scheiße äh also das fand ich an ihr grandios und diese ganze Darstellung finde ich echt wirklich interessant und vor allem auch in dem Sinne interessant ich hätte erwartet dass diese Figur bei King auftaucht nachdem er seinen Unfall hatte aber es ist ja tatsächlich vor dem Unfall aber ich hätte ihm tatsächlich weder als Autor noch als Mensch die geistige Reife zu dem Zeitpunkt zugerechnet so einen Charakter zu schreiben ja es ist tatsächlich doch ein starker Unterschied zu dem was wir bis jetzt hatten und nochmal auf die ihre Hintergrundgeschichte du hast recht ich hätte es auch nicht gebraucht aber im Gegensatz zu so manch anderer Hintergrundgeschichte die wir hatten stört die mich hier aber auch oft ist es so dass diese Hintergrundgeschichten dass du einfach nur denkst ja komm erzähl sie zu Ende ich will weiter zur Handlung hier passt es einfach gut rein es ist schön so in einem Fluss und es passt zum Charakter es stört nicht das ist auch etwas was wir noch nicht so oft hatten ja auf jeden Fall ja die Hintergrundgeschichte die vertieft ein bisschen so den Charakter von Polly also ich fand es nicht schlecht aber gebraucht habe ich das auch nicht zumal ich halt nicht das Gefühl habe dass sie jetzt von dieser Sache ein großes Trauma getragen hat also Nettie kaufe ich ihr Trauma ab bei Polly glaube ich nicht dass das das ist nicht traumatisch es ist schlimm aber es ist nicht traumatisch zumindest hat sie es gut verarbeitet genau richtig ja gut wenn man dann später auf die Geschichte wieder eingeht da könnte ich schon sagen das wäre schon ein Trauma weil sie ja selber den Fehler begangen hat ja aber das ist sie wird ja nicht von diesem Gefühl des Fehlers oder des Versagens verfolgt sondern sie wird nur dadurch ja sie wird ja nicht durch das Auftauchen der Wahrheit erbost oder wie auch immer in unangenehme Situationen gebracht sondern das Problem was sie damit hat ist dieser für sie empfundene Verrat der ja dann auftauchen wird den sie als solchen empfindet aber nicht die reine Tatsache dass die Fakten halt so liegen also es ist ja jetzt nicht so als hätte sie das verdrängt und würde sich da selbst nicht mehr dran erinnern wollen oder können oder was auch immer sondern nur die Tatsache dass ihr eben ich sage mal die Herrschaftsgewalt über ihren Schmerz sowohl den psychischen wie als auch den physischen genommen wird ich finde es sehr gut dass sie gerade auch durch diese Geschichte halt als so eine starke Figur beschrieben wird weil das macht es dann auch wirklich am Ende glaubhaft weil sie ist ja eigentlich die die Heldin sie ist die erste die wirklich von sich aus diese Beeinflussung von Gond abstreifen kann die dahinter kommt und die sich dann dagegen stellt und das wäre bei einem anderen beim schwächeren Charakter hätte ich das wahrscheinlich nicht so geglaubt wie bei ihr ja das auf jeden Fall dann würde ich sagen reden wir doch über ihren Partner nämlich über Ellen und und Ellen haben wir ja in einem vorhergehenden Buch schon kennengelernt da fanden wir ihn ja alle schon reibweg sympathisch ich glaube Jonas dirk ging es auch so ne jawohl und ja wie findet ihr ihn denn jetzt in seiner weiterentwicklung in diesem Buch sympathisch genau weiterhin sympathisch kompetent ja klar er ist von Trauer zerfressen das merkt man ihm deutlich an es lenkt ihn auch vielleicht ein Stück weit ab aber ich sehe ihn als immer noch Patentpolizisten und ja er macht sein Ding gut was ich bei ihm nicht so richtig verstanden habe ich weiß nicht ob das so richtig erwähnt wird er ist nicht ein eingeborener von Castle ist das richtig nein der ist dann zugezogen die Familie ist irgendwann ich glaube aus New York zugezogen ja um dort ein besseres Leben führen zu können irgendwie in der Art was ich gut finde ist dass man tatsächlich eine Charakterentwicklung auch zwischen Stark und zwischen diesem Buch erkennen kann man merkt dass ihm die Ereignisse am Ende von Stark doch noch nicht ganz losgelassen haben dass dieses übersinnliche Erlebnis und die Sperlinge und der ganze Scheiß dass die auch an ihm nagen und wahrscheinlich ist nur der Tod seiner Frau der verhindert hat dass er sich da mehr mit beschäftigt hat glaube ich wobei ich das nicht mal sagen würde dass er sich damit nicht mehr beschäftigt hat ich glaube tatsächlich was ihm sowohl ja so ein bisschen das Genick gebrochen hat ist er hätte glaube ich das ganze Ding für sich abschließen können zu einem gewissen Zeitpunkt aber dadurch Stark ihn ja wie er beschrieben wird am Telefon immer wieder angerufen hat und ihn dann so vollgelabert hat und er eben quasi die Trennung zwischen Stark und dessen Frau mitgekriegt hat und so weiter dadurch ist halt sein eigenes Leben so ein bisschen in den Hintergrund geraten und das finde ich an ihm so interessant dass er sehr schwer sich damit tut die Balance zwischen seinem eigenen Leben und dem Leben anderer Leute herzustellen was ich an Ellen auch noch mag ist er ist nicht der der klassische Strahlemann sondern er hat auch so ein bisschen wie also ein bisschen gemein im Hintergrund also diese Sache mit dem Parkticket zum Beispiel so ja der wird durchdrehen aber lass es mal da können wir was rausschlagen provozieren ruhig ein bisschen sag ich es mal so überspitzt das kann nur gut für uns sein dass das ganze nach hinten losgeht ist dann eine andere Geschichte aber er ist eine relativ vielseitige Figur er ist kein Stuartman drücken wir doch so aus genau und was ich auch noch ganz hübsch finde er selbst fühlt sich ja mit seiner Stadt sehr sehr verbunden das kommt dann vor allem eben in der großen Eskalation gegen Ende hin sehr raus und wird dann eben auch kontrastiert wir haben ja jetzt schon erfahren während dieser Autopsie der beiden Damen dass hier die Bundespolizei glaube ich oder zumindest eine übergeordnete Stelle da schon eingreift und er fühlt sich sehr sehr mit seiner Stadt verbunden aber trotzdem wird er von den Einheiligen also von den richtigen Einheiligen immer noch so tendenziell als Fremdkörper wahrgenommen und diesen Kontrast fand ich bei ihm auch sehr hübsch Ja aber ich glaube auch gerade dieses Fremdkörper vielleicht ist es auch das was Polly ausmacht dass beide eben nicht ihr ganzes Leben dieser Stadt verbracht haben dass das letztendlich auch dazu hilft dass Gaunt nicht so die Kontrolle über sie kriegen kann Das hätte er dann aber bei Nettie auch nicht können dürfen Ja aber die beiden haben außerhalb gelebt Nettie war verwahrt Ja aber Nettie ist glaube ich also sie kommt ja auch nicht aus Castle Rock sondern ihr Mann und so weiter war ja in einer anderen Stadt dann ist sie in das andere in diese Anstalt gekommen die auch wieder in einer anderen Stadt war und dann hat Policy in Castle Rock reingeholt so habe ich es zumindest verstanden Kann sein habe ich nicht mehr ganz im Kopf also für mich ist Nettie auch nicht als Castle Rock eingeborene Ich dachte sie käme von da aber Wie gesagt ich kann mich täuschen aber Weil halt auch alle Leute über sie Bescheid wissen Deswegen habe ich das angenommen Naja gut aber alle Leute wissen halt in so einer kleinen Stadt immer Bescheid wenn so ein potenzieller Skandal in der Luft liegt und wenn da eine in Anführungsstrichen Irrer in die Stadt geholt wird natürlich wird dann entsprechend recherchiert und Gerüchte verbreitet und so weiter weshalb das natürlich Stadtgespräch ist also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Grund sehen sie dort als einheimisch zu verordnen Wie findet ihr denn die Beziehung zwischen Ellen und Polly weil das war ja eines unserer häufigsten Kritikpunkte dass Beziehungen sich nicht echt angefühlt haben ganz oft und in diesem Fall ich glaube den beiden schon dass da was läuft also ich finde es sehr schön dass sie sehr viel miteinander reden das haben mir die anderen oft nicht gemacht das ist keine realistische Beziehung aber ja ja nein aber trotzdem also ich glaube den beiden schon dass sie zusammen sind ja da gebe ich dir Arsch und vor allem glaube ich auf die Tatsache wie sie zusammengekommen sind die gemeinsame Trauer um die verlorene Ehefrau und um die geverlorene Freundin und ähm auch dass es eben am Anfang so mit mit Vorsicht verbunden war und mit langsamem Annäherung das fand ich sehr hübsch ähm was mich da eigentlich so ein bisschen gestört hatte das waren die Lügen die dann halt äh Polly dann so an Ellen so ausgerichtet hatte vor allem jetzt wegen den Schmerzen und so ähm sie hätte doch ruhig da offen drüber sprechen können oder nicht kann man nicht kann man einfach nicht ich äh wie gesagt wer diesen Podcast länger hört ich bin ja sehr chronisch krank ich habe selbst ein Schmerzproblem wegen Rücken und Zeug kann man nicht egal wie sehr man seinen Partner liebt oder wie auch immer aber du bist selbst immer das erste Problem an der Tatsache ist ähm sobald du für dich selbst deine chronischen Schmerzen anerkennst und sobald du die jemand anderen mitteilst in lobener Form hast du das Problem dass sie für dich selbst real werden bis zu dem Moment wo du andere darüber anlügen kannst und mehr oder weniger erfolgreich anlügen kannst hast du auch noch eine Chance dich selber zu belügen so dann kannst du dir auch selber einreden dass es doch so schlimm nicht sein kann und das ist glaube ich bei einer chronischen Erkrankung eine Tendenz die man einfach entwickelt und das nächste Problem ist du kommst immer in den Zugzwang dass du dich einerseits vor dir selber rechtfertigst warum du manche Dinge eben aktuell gerade nicht kannst und das kotzt dich an und das ist mit einem großen Teil von Scham verbunden und gleichzeitig kommt er eben rein gerade weil du diesen Menschen liebst willst du ihn mit diesem Scheißdreck nicht belästigen weil du weißt er kann daran eh nichts ändern wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit da wäre dass man daran was ändern könnte dann wäre das was anderes aber einen Menschen den du liebst mit einem Problem zu belästigen von dem er weiß dass es dich belastet aber andererseits von dem jeder weiß auf einem realistischen Maßstab dass man nicht wirklich viel daran ändern kann ist eine Sache die gewöhnst du dich relativ schnell ab also gerade das dass ich ihn darüber blüht hat für mich sehr viel dafür beigetragen dass es eine realistische Beziehung war oder um es anders auszudrücken ja ich kenne das Gefühl und ja ich mache das auch machen wir weiter mit unseren vielen Leuten weil ich würde sagen machen wir weiter mit Norris wenn ihr nichts dagegen habt denn er als Kollege von Ellen ist ja quasi innerhalb dieser Polizeikohorte ein ganz interessanter Charakter und ich muss sagen mit ihm habe ich so ein bisschen nicht unbedingt meine Schwierigkeiten gehabt aber ich weiß nicht ich fand den Charakter interessant und nett aber er blieb mir doch im Großen und Ganzen etwas zu blass ich weiß nicht ob ihr die Andy Griffith Show kennt vermute ich nicht also es ist eine 50er Jahre Comedy Serie über einen Kleinstadtsheriff und der hat einen Deputy so ein bisschen vertrottelt der auch gerne mal angeln geht also irgendwie hat er mich sehr stark an den erinnert er ist ja kein besonders starker Charakter er ist mehr so Comic Relief hätte ich jetzt gesagt was ich an ihm ganz hübsch fand aber das kommt auch eigentlich erst später im Buch ist eben sein sein Gerechtigkeitssinn er hat tatsächlich er ist ein guter Charakter er macht Fehler er ist menschlich aber im Großen und Ganzen weiß er was richtig und was falsch ist was Teil seiner Pflichterfüllung ist und er übernimmt auch Verantwortung wenn er Scheiße baut das fand ich an ihm eigentlich ganz hübsch ja vor allem ist es ein Charakter dem wir noch öfter begegnen werden weil er übernimmt den Job von Ellen als dieser das Castle Rock verlässt und dann finde ich ihn auch wird er immer besser aufgebaut aber hier in diesem Buch ja ich mag ihn also er ist er ist so ein bisschen er kommt mir so vor wie so dieses vertrottelte Nebencharakter mit dem er ein bisschen Spaß haben kann aber ansonsten hat er jetzt nicht so die große ja den großen Einfluss auf die Geschichte sag ich mal ja man hat so den Eindruck er lebt so vor sich hin ist mit seinem Job ganz zufrieden macht ihn aber nicht weil er sein Leben ist sondern halt weil er damit Geld verdient um angeln zu gehen zu können um halt sich ein angenehmes Leben zu machen genau für mich macht er einen recht sympathischen Eindruck wie einen recht freundlichen Kollegen den man so jeden Tag auf Arbeit antrifft ja er ist halt er ist ein glaubwürdiger aber relativ durchschnittlicher Mensch sagen wir es so ja aber wenn ich das so raushöre also er war keinem von uns jetzt unsympathisch genau und was ich eigentlich sehr schätze er ist nicht sonderlich weinerlich vor allem nach der Mausefalle zum Beispiel der Rattenfalle ja aber auch da ist er ja in erster Linie am fluchen also er ist weniger weinerlich von wegen die sind alle gemein und mobben mich alle sondern mehr gut sind halt auch schwächer wurde eigentlich im Buch aufgeklärt warum er sich immer im Polizeirevier umgezogen hat ich glaube das wird einfach gesagt weil ihm das zu viel Arbeit ist da Bequemlichkeit ich denke auch das einfach nur um dem Charakter irgendeinem Zug zu verleihen noch genau Marotten dann lasst uns über Andy reden und da müsst ihr mir helfen weil an den hab ich so gar keine Ahnung ja Andy ist auch ein Deputy von Alan und er hat halt nicht wirklich viel hier in einer kleinen Stadt zu tun ähm er verliert später seine Frau in dieser Geschichte noch sie wird eines der vielen Opfer sein wenn das Ganze dann wirklich eskaliert aber ich denke Andy wäre ganz wichtig zu erwähnen denn der wird auch noch später noch des öfteren auftauchen also er wird unter Norris auch weiterhin Deputy sein und einige Jahre später wird er schließlich dann auch der Polizeichef von Castle Rock werden aber hier in diesem Buch so tatsächlich großen Charakter hat er nicht kommen wir zu zwei weiteren Leuten die eigentlich nicht so richtig viel Charakter haben die ich aber trotzdem gerne erwähnt hätte das ist einerseits Yu das ist der Säufer der das arme Hundchen tötet und ihn fand ich noch relativ interessant weil wir hier glaube ich wieder so eine King-Spiegel-Figur haben er ist ein Säufer er weiß dass das scheiße ist was er macht er glaubt in dem Moment wo er diesen Fuchsschwanz sieht er hätte eine Hoffnung aber gleichzeitig ist er hin und her gerissen zwischen Herrgott ich bin zu alt für Hoffnung und ich kann mich nur freuen wenn es nicht schlimmer wird also diesen Aspekt von ihm fand ich ganz interessant aber ansonsten konnte ich mit ihm nicht viel anfangen mit dem Fuchsschwanz fand ich das schön dass er halt in Erinnerungen geschweigt hatte quasi in der Zeit wo noch alles prima gelaufen ist und er auch so einen prächtigen Fuchsschwanz an seinem Auto dran hatte und halt noch ein prima Leben hatte genau er war für mich ein totaler unsympath er war glaub ich auch extra so angelegt ich hatte ja konnte vielleicht darf verstehen ok er will jetzt einen saufen aufhören und so aber irgendwie war auch direkt klar das wird nix ja was ich aber interessant finde bei ihm ist dass er trotzdem er ist ein sehr determinierter Charakter also er hat keine Chance von seinem Weg abzukommen aber ich glaube tatsächlich er ist nicht völlig blind gegenüber seinem Schicksal denn einerseits wie gesagt er hatte eben diesen kurzen Moment von wegen ich könnte ja eigentlich was daran ändern eben nicht dieses völlige verleugnen von wegen ach bringt eh alles nix und andererseits in dem Moment als er den Hund tötet zeigt er ja sogar einen gewissen kurzen Anflug von Gewissen und Empathie als er eben feststellt ich habe jetzt gerade das einzige Lebewesen getötet was dieser Frau irgendwas bedeutet und alleine die Tatsache dass er diese Erkenntnis hat ist für mich eigentlich ein Indikator dafür dass für den eigentlich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht alles zu spät gewesen wäre aber er hat halt einfach keine ja er hat nicht also er hat schon die Wahl aber er trifft sie halt einfach nicht er ist ein Unsympath aber ich würde ihn nicht zu den Bösewichten zählen trotz allem was er macht ja er ist eigentlich mehr ein Opfer der Umstände ja damit kann ich sehen habt ihr denn eine Meinung zu seinem Gegenspieler Henry dem Barkeeper denn der ist für mich völlig blass geblieben der ist halt wirklich nur relevant in seiner Funktion als er ist eben ein geachtetes Mitglied der Gesellschaft aber so viel weniger Arschloch ist er eigentlich auch nicht für mich ja sehe ich auch so ja er hat ja auch nicht viele Handlungen er stellt fest sein Auto ist kaputt er schnappt sich die Waffe lässt sich zum Saufen zu reden und dann wird er schon erschossen das war es ja schon fast dann kommen wir doch kurz zu zwei weiteren Charakteren die auch eher so nebensächlich sind nämlich Sally und Lester Sally fand ich in ihrer ganzen Religiosität sehr putzig auch diesen Charakter müssen wir glaube ich in einer King-Kleinstadt unbedingt haben so die der Keuschheit verpflichtete gute Christin und Lester ihr Freund der sie in dem Moment noch vergöttert und so weiter und so fort aber gleichzeitig mit seiner ganzen sexuellen Frustration ja auch im Prinzip eine ticken der Zeitwampe ist ich würde dann noch den Deputy John LePont noch dazu sagen weil er der Ex-Freund von der Sally Ratcliffe war und dann halt später auch dann ein Problem mit dem Lester dann bekommen hat genau ja es sind in dem Fall würde ich sagen eher Stereotypen als wirklich Figuren wobei ich sie teilweise ganz lustig finde also sie haben nette Momente aber sie tragen es zu der ganzen Geschichte jetzt nicht wirklich viel bei genau die waren sehr klischeehaft muss ich sagen so und dann habe ich eine Frage da weiß ich aber nicht ob ich da einfach wieder unleidlich bin zum Thema tragen nicht viel zur Geschichte bei kommen wir mal zu den beiden Fahrern Rose und Whiteham geht es nur mir so mich hat dieser ganze Handlungsstrang mit diesem Blödsinn mit der Casino Nacht und dem ganzen Dreck der drum rum agiert okay es ist Amerika es ist eine Kleinstadt irgendwelche religiösen Animositäten muss es wahrscheinlich geben aber das ging mir so auf den Sack und das war auch in keiner Form für mich greifbar oder realistisch oder in irgendeiner Form relevant also mir ging die ganze Handlung mit der Casino Nacht tierisch auf den Zwieback und von mir aus hätte die ruhig wegbleiben können gut wie gesagt ging mir genauso ja sehe ich auch so also ich glaube es dient nur dazu dass man merkt ja hinter dieser ganzen fröhlichen Fassade der Stadt da ist schon so der ein oder andere Sache die brodelt aber hätte ich nicht gebraucht naja ich glaube halt tatsächlich diese ganze Sache dieser ganze Handlungsstrang er wollte gerne eine Massenszene schreiben und das ist der einzige Anlass dafür wie du diese Massenszene hinbauen kannst aber ich weiß halt nicht und da bin ich mir wirklich nicht sicher für so eine Massenszene hätte auch irgendwie einen Streit im Stadtrat hingehauen also ja aber ich bin mir halt nicht sicher ob wir nur als Mitteleuropäer diese religiösen Anumositäten nicht verstehen dass das tatsächlich so ein kulturelles Ding ist das irgendwo in Amerika eine viel größere Relevanz hat dass man diese Szene vielleicht als Ami ganz anders wahrnimmt als wir das tun das will ich nicht ausschließen ich finde es als Stilmittel eigentlich ganz nett dass solche kleinen Unterschiede in den unendlich vielen Religionsgemeinschaften in den USA so große Auswirkungen haben können ich glaube das ist auch tatsächlich so dass diese Kleinkriege allgegenwärtig sind klar nicht so extrem wie er ausartet aber ich glaube die sind da naja und ansonsten würde ich dieser Szene halt nur noch zugute halten dass die alten gewissen symbolischen Gehalt hat aber darüber rede ich danach aber generell muss ich ganz ehrlich sagen hätte ich auf diesen ganzen Handlungsstrand komplett verzichten können gut damit haben wir zumindest die halbwegs weiß bis grauen Charaktere durch und da wir ja jetzt die Gelegenheit hatten die Bürger des beschaulichen Kasselrock kennenzulernen wird es vielleicht auch Zeit bevor wir mit der Handlung fortfahren einen genaueren Blick auf unsere Gegenspieler zu werfen denn man muss ja seine Feinde kennen um sie besiegen zu können und da würde ich sagen fangen wir erstmal mit den kleinen Lichtern an der eine Charakter der ja zwar normal aber bösartig ist und tatsächlich komplett bösartig ist Wilma wie steht ihr denn zu Wilma ich mag sie nicht eine schreckliche Frau fürchterlich sie ist halt ein wandelndes Klischee der äh kalt und polnischen Hausfrau genau sie hat an jedem und allem was auszusetzen möchte dass alles nach ihrem Willen geht und sucht auch Streit um das Streits Willen die würde perfekt auf Twitter passen ja was ich an ihr noch ganz lustig finde sie ist halt tatsächlich einfach aus purem Willen bösartig ähm was wir bei anderen Charakteren gar nicht unbedingt zu haben sie hat nichts davon von ihrer Boshaftigkeit es ist einfach ihre Natur und sie will es auch gar nicht anders und sie kann es auch gar nicht anders und niemand hält sie davon ab das finde ich ganz interessant hat was von Donald Trump was ich hier noch interessant finde warum glaubt ihr haben wir sie ausgerechnet mit Nettie so gepaart also ich meine einerseits ist es wirklich dieser dieser Gedanke sie hat ihr sie hat ja ihr eigenes Leben voll im Griff und das Leben ihres Mannes wohingegen das ja bei Nettie komplett anders drum ist also sie sind schon sehr gegensätzlich gezeichnet aber eigentlich müsste sich doch gerade eine Wilma aus Rainer sie legt sich ja mit jedem an und es wäre eigentlich zu erwarten gewesen dass sie sich einen stärkeren Gegner sucht einfach damit die Herausforderung größer ist und mehr Spaß macht genau das denke ich eigentlich nicht weil so einen vollkommen unterlegenen Feind zu zerquetschen das macht so richtig bösartigen Menschen natürlich noch mehr Spaß als wenn du die Gefahr hast auch mal die Situation hat sie doch schon mit ihrem Mann deswegen verstehe ich das nicht sie war wie gefundenes fressen für Wilma gewesen also einmal frei sie konnte sich regelrecht austoben und da hat halt schon so eine Kleinigkeit wie ein bellender Hund gereicht und ja dann hat sie Spaß gehabt sie dann richtig zu ärgern ja die hat mich einmal geärgert jetzt vernichte ich sie so nach so sehe ich das ja okay und zwar einfach weil ich es kann na mein Gedanke wäre halt gewesen wie gesagt sie hat ja als leichtes in anderen strichen Opfer hat sie ja schon ihren Mann dass ihr Mann etwas klüger ist als sie denkt das weiß sie ja tatsächlich nicht sie hat ihn voller Kontrolle und deswegen wäre für mich der Schritt näher gewesen wenn sie sich sowieso mit jedem anlegt dass sie sich dann quasi zum Zeit vertreibt was ja nett für sie ist zum Zeit vertreibt tatsächlich einen Opfer sucht mit dem sie schreiben kann also ich hätte sie jetzt zum Beispiel Interesse halber tatsächlich eher mit Polly mal aneinander beraten lassen ne ich ich sehe den charakter so dass sie sich immer nur sichere sie gesucht ok ja das kann ich akzeptieren dann würde ich sagen gehen wir doch an den nächsten charakter reden wir über Buster und ich muss ganz ehrlich sagen ich tue mich schwer damit Buster bei den Bösen einzuordnen denn der Mensch ist tatsächlich und das wird ja etabiert nicht einfach nur bösartig ich mein gut er ist psychisch krank und ihn deshalb zu den Bösen zu ordnen finde ich persönlich ein bisschen schwierig auch wenn er natürlich in seinen Maßnahmen zu bösen Mitteln greift wie seht ihr das ja denke ich auch also er ist jedenfalls kein von Grund auf böser Charakter wie Wilma zum Beispiel aber die Umstände haben ihn zu dem gemacht was er ist und das ist halt einfach jemand den man nicht mehr als gut bezeichnen kann wie findet er denn so seine Darstellung selbst also ich meine die Tatsache dass er schon von Anfang an kein guter Ehemann war das glaube ich unbesehen das ist geschenkt aber auch die gibt es halt in jeder Kleinstadt das ist normal aber wie er sich in seine Paranoia immer weiter reinsteigert das fand ich eigentlich ganz hübsch also diese Beschreibung die hat mir gut gefallen also er muss ja auch schon was Gutes haben weil sonst hätte er auch nicht den Posten als Vorsitzender und ja seine schlechte Art sage ich mal dies ja als jemand der in einem sehr kleinen Ort lebt es werden gerade oftmals Menschen in solche Ämter gewählt die Arschlöcher sind weil die sich halt auch besser durchsetzen können weil die rücksichtsloser sind also das hat nichts mit Sympathien zu tun was ich hier eigentlich ganz hübsch fand ist eben diese Tatsache dass ihm doch mit im Vergleich zu Nettie wird ihm ja doch mit recht viel Hilfe begegnet und mit recht viel Anteilnahme und diesen Dingen ich meine Ellen bietet ihm Hilfe an Gond ist ihm gegenüber sehr 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 zuvorkommt und sehr 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 freundlich klar sie alle profitieren in der einen oder anderen Formen von ihm aber das fand ich ganz interessant dass seine psychische Vorgeschichte anders behandelt wird als die von Nettie Nettie ist einfach nur verrückt ja wahrscheinlich weil Nettie auch schon mal eskadiert ist und der Basta scheint sich noch so weit zurückgehalten zu haben dass zumindest noch niemand größer verletzt wurde oder sowas ja ja Ellen der weiß ja vor allem ja auch nicht was da überhaupt los ist bei Basta mit der Veruntreuung von dem Geld ja natürlich klar was ich noch ganz hübsch finde an Basta das werden wir jetzt im weiteren Verlauf des Buches merken wie er an seiner in Anführungsstrichen Rache immer mehr Spaß findet das fand ich auch ganz niedlich da habe ich auch sehr viel Spaß dran gehabt habt ihr sonst zu Basta noch irgendwelche Ergänzungen ne nicht wirklich dann würde ich sagen reden wir über den nächsten Charakter den haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch in diesem Buch gar nicht kennengelernt den werden wir aber noch kennenlernen und wir kennen ihn schon in weiterer Erwähnung aus anderen Büchern die wir bereits besprochen haben zum Beispiel aus die Leiche und aus Nona genau denn wir lernen hier Ace Mowel kennen und da muss ich sagen ich bin mit ihm nicht warm geworden ich mochte ihn in die Leiche schon nicht ich mochte ihn in den anderen Büchern nicht aber er ist mir zu wichtig dafür dass er mir zu egal ist er ist so ein kleiner dummer Schläger Typ also ich mag ihn auch nicht und das nicht nur weil er ein Arschloch ist sondern weil der Charakter doch sehr einseitig dargestellt wird und auch schon vorher wurde und weil er feige ist und weil er jämmerlich ist und das nervt mich ich mag keine weinerlichen Charaktere und er ist weinerlich ja so ein typischer Kleinstadt Gangster der einen auf dicke Hose macht aber eigentlich gar nichts kann ja das trifft gar nicht schlecht was ich allerdings an ihm ganz nett finde ist eben diese Beschreibung wie er sich tatsächlich bei Gorn direkt auf den Rücken wirft und den dort präsentiert also das fand ich ganz ganz hübsch dass er tatsächlich in der Lage ist Hierarchien zu erkennen und sie auch anzuerkennen wenn es nötig ist also für mich ist Ace in diesem Buch sowas wie der Renfield zu Dracula oder wie hieß in Salem Slot der Ibarca Ibarca war der Böse ich weiß nicht auf jeden Fall der Diener das war Oberpapiers so eine Figur ist Ace für mich hier ja richtig auf jeden Fall aber er ist so enttäuschend weil wir haben ja nun in Zeitraffer jetzt Pop kennengelernt und bei solcher Verwandtschaft hätte ich mir echt gewünscht dass der Junge mehr Potenzial hat das hätte sich die Verwandtschaft wohl auch gewünscht aber das ist halt tatsächlich das was mich stört ich hätte gerne die Rollen vertauscht gehabt dass Ace jetzt der alte wäre und wir einfach jetzt die Abenteuer eines jungen Pop Mario gelesen hätten stattdessen da hätte ich mehr Spaß dran gehabt ja ich weiß was du meinst ich glaube das wäre auch vielleicht ein bisschen interessanter gewesen gut und dann würde ich sagen kommen wir zu unserem großen großen Gegenspieler Leland Gorn und ich muss sagen ich mag ihn ich finde er ist ein schöner böser Charakter er hat Facetten er kann scheißfreundlich sein er hat ja auch zu einem gewissen Anteil durchaus recht mit dem was er sagt und mit dem was er tut ich meine im Prinzip ist es halt tatsächlich so er bietet ja nur Angebot und Nachfrage und bedient das was mich tatsächlich gestört hat das haben wir ja aber gerade schon gesagt ist dass er mitten im Spiel die Regeln ändert gut das macht der Teufel halt damit muss mein Leben aber das hat für mich trotzdem der eben auf einmal die Schuld auf zum Beispiel zwei Streicher erhöht und diese Dinge aber dass er zum Beispiel diesen Einfluss auf die Träume der Leute hat das hat mir sehr viel Spaß gemacht das möchte ich sehr gerne und eben auch sein Vertreter Humor er ist ein sehr Humorverler Dämon Outsider wie auch immer man es nennen möchte und daran hatte ich meinen Spaß dass er wirklich einfach nur Spaß an der ganzen Sache hat ich habe ihn so gerne als Spiegel von Fleck gesehen Fleck streut das Chaos und da ist dann auch das was du gesagt hast dass er die Regeln ändert für mich ist er am Anfang so eine Figur die halt die Ordnung repräsentiert die zwar dadurch auch Chaos und Zerstörung sät aber ja eben genau das Spiegelbild von diesem absolut chaotischen Fleck darstellt und ich mag Gaunt eigentlich ziemlich gerne als Bösewicht auch sein bisschen hintergründiger Humor und seine teilweise doch sehr wechselhafte Persönlichkeit finde ich alles interessant und man erfährt ja auch so ein bisschen was über seinen Hintergrund also er scheint das ja schon ein paar Jahrhunderte zu machen das gefällt mir an ihm ich würde dir tatsächlich sogar widersprechen er hat sehr viel von Fleck da bin ich voll bei dir gerade dieses element des lachenden Gag passt da ja voll rein allerdings kann ich mich nicht erinnern dass Fleck jemals mitten im Spiel die Regel geändert hätte Fleck ist ja determiniert ja das ist ja das was ich gesagt habe dieser Punkt stört mich entweder hätte King da früher es hätten ein zwei Sätze gereicht besser drauf eingehen können hier das ist ein Teil der Bezahlung aber noch nicht komplett es ist erst bezahlt wenn ich das sage aber so stört mich das auch also da gebe ich dir vollkommen recht und vor allem auch seine Begründung ja ich habe ja nicht gesagt dass es nicht doch ein weiterer Teil ist kann man auch sagen ja ich habe auch nicht gesagt dass ich nicht noch fünf weitere Karten bekomme das ist halt die Logik in sich die stimmt da nicht wobei ich sagen muss und auch das hätte ich akzeptabel gefunden aber da hast du halt einen wie gesagt elfjährigen Charakter aber interessant wäre gewesen wenn tatsächlich diese Herausforderung gekommen wäre von wegen okay wir haben den Handel nicht komplett abgeschlossen also ist er ungültig und ich könnte zum Beispiel was nachfordern dass da auf diese Idee ein normaler Mensch nicht kommt in einen Betracht einer solchen dämonischen Entität okay aber es wäre interessant gewesen was passiert wäre wenn diese Herausforderung angenommen wurden wäre war eigentlich nur bei Brian das so gewesen dass er noch eine weitere Forderung verlangt hatte ich glaube schon ja ich meine auch aber ich kann Gorn auch ein bisschen verstehen warum er das macht er hat ja dadurch dass Brian den ersten Scheich gespielt hat ein Druckmittel und was macht man damit man nutzt es um ein größeres Streit in die Hand zu bekommen das heißt er hat ihn ja auch als er die Steine geworfen hat ihn noch mehr in der Hand theoretisch ja natürlich aber er hat es halt im Prinzip eigentlich nicht nötig gehabt weil er hatte tausende reiherumlaufende Werkzeuge die er zum selben Zweck hätte missbrauchen können ja das stimmt ja im zweiten Fall war es ja eigentlich eher Erpressung gewesen und naja Brian konnte sich dann ja auch gar nicht wehren weil er war dann halt befangen durch die Sache was er schon gemacht hatte und dann blieb ihm ja nichts anderes übrig natürlich aber ich meine es wäre gar nicht nötig gewesen sich von Brian noch mal zu bedienen er hätte einfach genug andere freilaufende Werkzeuge gehabt die eben noch keine noch keinen Streit Streich gespielt haben in dem Sinne ja oder halt von den Baptisten oder was weiß ich da gab es genug Leute einfach irgendwie gesagt hier du gehst jetzt hin und schmeißt aber Steine und fertig genau ja gut da hatte vielleicht dann der Zusammenhang dann für später dann gefehlt quasi wen hätte dann im Pengborn dann befragen können ja ist schon richtig aber ich denke das hätte man konstruieren können also mich stört einfach die Tatsache dass mitten im Spiel die Regeln geändert werden ansonsten ein charmanter Bösewicht genau was was meint ihr es wird ja oft behauptet dass Gond eigentlich der Teufel ist seht ihr das so oder ist es eigentlich nur ein Dämon oder ein outsider würde ich nicht sagen da fallen so viele Regeln weg auch wenn es einen Sturm gibt am Ende aber ich habe ihn nie so als wirklich der Leibhaftige gesehen sondern mehr so als Dämon der das denke ich auch eher andererseits die Dämonen sammeln halt keine Seelen in ihrem richtigen Koffer naja die die ich kenne naja die sind halt handlanger aber mich hat diese ganze diabolische Seite bei Gond extrem gestört weil sie überzeichnet war dieser ganze Blödsinn mit da kommt Rauch aus den Nasenlöchern und Zeug und riesige Krallen und Blödsinn das hat mich gestört das nervte mich da wäre einfach ein guter Fleck gewesen wenn er eben ich meine gut ja auch Fleck schwebt manchmal zehn Zentimeter über dem Boden aber das sind ja dann trotzdem Taschenspielertricks aber hier diese diese dämonische Zeichnung die nervt mich weil sie einfach übertrieben überzeichnet ist ich würde dir aber widersprechen mit dem Outsider naja wobei Outsider ist vielleicht das falsche Wort aber er ist glaube ich eher im Turm zu verorten tatsächlich im Sinne dieser Vampir Sachen er ist einfach eine andere Art von Vampir weil eben er ja auch Zugriff auf die Turmwelten hat zum Beispiel durch das lustige Auto und durch auch die eine oder andere Laufkraft Anspielung die ja dann später kommt und die Ebenen von Längen und diese Dinge ja das würde ja auch meine Theorie vorhin mit Ace unterstützen eben diesen Handlanger weil er macht sich das selbst eigentlich nicht die Finger schmutzig ja doch das damit kann ich mich zufriedengeben aber wie gesagt also diese ganze diabolische Darstellung die hat mich eher genervt als dass sie mir was gebracht hätte was hat eigentlich die die unterschiedlichen Augenfarmen was sagt das eigentlich aus ich glaube das ist wie Flo schon am Anfang der Kapitel erwähnt hat ich glaube das soll einfach nur ein Vorgriff darauf sein dass die Menschen einfach das sehen was sie sehen wollen sowohl in ihm selbst als auch vor allem in den Waren die er verkauft aber eine andere Bedeutung hat das für mich glaube ich auch nicht sehe ich genauso ich würde sagen wir haben jetzt recht erschöpfend diesen ersten Teil der Handlung besprochen und ich würde sagen reicht für heute reicht für heute dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder da werden wir dann über die weiteren Details dieses wundervollen Buches sprechen und auch dann wird wieder der wundervolle Andi zu Gast sein ich danke dir schon mal dass du da warst es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir aufzunehmen danke war mir eine Freude ich danke außerdem den Jonas es war wunderschön dass du da warst ja sehr gerne und ich danke natürlich auch dem Flo es war grandios wie immer dass du dabei warst es war mir wieder eine Ehre Dela und liebe Hörerschaft ich bedanke mich natürlich auch bei euch dass ihr euch auch diese Folge wieder angetan habt und ich hoffe wir können euch dann das nächste Mal zum zweiten Teil von in einer kleinen Stadt bis dahin Tschüss Tschüss Tschüss